Vielen Dank. Guten Abend. Wie Sie sehen, ist der, auf den Sie jetzt eigentlich warten, nicht da. Also, keine Angst, er ist ja erst schon da. Ich habe ihn da hinter der Bühne gerade noch mit hochrotem Kopf gesehen. Ich habe ihm nämlich die Bühnenschuhe auch genagelt. Es wird schon eine Zeit dauern, bis er die loskriegt. Nein, weil ich wollte mir mal ein bisschen Zeitvorsprung verschaffen, weil mir da in den letzten Programmen aufgefallen ist, dass Sie doch öfters irgendwie unbefriedigt vom Kabarett noch ausgegangen sind. Und zwar aufgrund der fehlenden Zugabe. Ich meine, Sie bemühen sich, schreien, Zugabe! Oder so ähnlich, in allen Variationen. Und er reagiert nicht. Da ist er so hartherzig unglaublich. Jetzt habe ich mir gedacht, ich versuche das ein bisschen zu kompensieren und mache, zwar keine Zugabe, weil das wäre nicht möglich, wenn er da mal auf der Bühne ist, habe ich ja kein Level mehr. Mach einmal was anderes. Eine Vorgabe. Und zwar sogar auch mit ihm. Nein, oder? Nein. Nein, eigentlich ohne. Aber irgendwie schon mit auch. Also mit ohne praktisch. Weil er ist nämlich nicht nur da hinten irgendwo, sondern da drin ist er. Glaubet mir zwar nicht, dass er da reinpasst. Aber er ist drin. Gönn Sie, Herr Chef? Sie sind da drin. Was? Er redet schon mit uns. Ob Sie da drin sind, will ich wissen. Ja, aber. Nein, nicht aber sagen. Tun Sie jetzt zurückreden, weil da bin ich jetzt nämlich i der Chef. Ach so. Ja, 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 ja. Und weil das so ist, will ich da jetzt mit Ihnen eine Nummer spielen. Gieß das nach. Ja, ja. Da brauchen Sie nicht erschrecken. Für Sie ist das ganz einfach. Sie sagen mir Ihr Lieblingswort und alles andere macht dann praktisch eh ein. Also, wie lautet Ihr Lieblingswort? Äh, äh. Also Sie haben vielleicht einen Krankenschmack. Da fällt mir nichts ein dazu. Sagen Sie irgendwas Prägnantes. Bin es. Das ist ja schon besser. Ding, 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 ding ' Ich war dabei. So... Geiztросnya! Geiztoss, 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 Geiztoss. Hoss, hoss, hoss! Achso! Umесто Passion 2 Droga 3 Professor, haben wir uns einen runtergegeigt, was? Die springen ja da herum, als hätten sie die Bovines Pongiforme Enzephalopathie, zu deutsch auch der Rinderwahnsinn genannt, haben wir vor 30 Jahren auch hier mit Eickhabert. Na hören Sie, der Wahnsinn ist, die kommen ja nicht daher, die Leute sitzen da. Die kommen nicht daher, die Trottler haben ja die Bühnenbocker augenagelt. Gottlob hatte ich meine 40 Paar Reserve Schuhe mit dabei und konnte hineinschlüpfen. Ich weiß nicht, wer man es augenagelt hat. Sicherheitshalber habe ich einen Privatgewandler jetzt aufgetapeziert in der Garderobe mit Superkleber. Können Sie uns dann mit der Flex herunterholen, gell? Aber nicht das Haus kaputt machen, das gehört nicht uns, das dürfen wir nicht verbiegen. Ja, sehr schön. Erstaunlich, was in so einen elektronischen Wurstel alles hineingeht, was Sie voriges Jahr vom Osterhase bekommen haben. Sehr, sehr schön. Ich konnte Ihnen ein bisschen verfolgen, was Sie da Ihren Ausführungen, konnte ich folgen aus der Gaste. Sie sind also jetzt der Chef, habe ich dem entnommen. Wir haben ein bisschen Anzeige von dem kleinen Gurgelpropeller, der es voriges Jahr probiert hat. Am 17. Dezember hat sich ein Schass allein getreten. Na ja, Sie merken, Herr Professor, ich schimpfe auch gar nicht mit Ihnen. Übers Handy habe ich schon den Anwalt angerufen, am Montag gibt es das blaue Brieferl, gell? Weil Sie meine Stimme geschändet haben. Ja, aber was anderes wollte ich Sie noch fragen, Herr Professor, haben Sie nicht vergessen, mir etwas zu überreichen? Haben wir nicht etwas vergessen? Die Solidarabgabe. Sie haben sicherlich einsteckt, wenn Sie etwas überreicherten. So schaut es aus. Von unten nach oben geht die Solidarabgabe. Unten sind ja auch mehr Menschen, da läppert sich mehr zusammen, gell? Oben krochen Sie alle wie die Kaisersemmeln. Ja, Herr Professor, das wäre es dann auch schon gewesen. Alles zurück, rufe ich Ihnen zu. Ja, das Ganze hat noch nichts Gutes. Wir fangen von vorne an. Abgang! Wie Böhmen noch bei Österreich war, damals vor gut 80 Jahren, Da hat mein Opa ungewollt, im Krieg sich eine Verwundung kohlt. Dann waren die Böhmen und Ungarn fort und Österreich eine Missgeburt. Doch passt es wie ein Puzzlestein, als Ostmark in das Reich hinein. Wie Österreich noch bei Deutschland war, das war vor über 50 Jahren. Im Dritten Reich, da waren wir, wir, im Fußball und beim Militär. Als dann der Endsieg doch nicht kam, spielten wir das Opferlamm. Wir waren nirgends nie dabei, drum macht's uns bitte frei. Österreich ist frei. Seit 40 Jahren leben wir famos, doch manche meinen Führer los. Sprung nach vor und alles zurück, wir finden endlich unser Glück. Wo? Ja, wo? In der Dritten Republik? Nein, Gott soll abheben. Ernst! Ja, guten Abend. Es ist bitte folgendes. Also jetzt weiß ich schon, was ich gesagt hab. Zuerst weiß ich noch gar nicht und dann, wo ich es gesagt hab, weiß ich dann praktisch schon. Das ist interessant, dass es so Sachen gibt, die sind zuerst noch gar nicht und dann, in dem Moment, wo es sind, waren sie aber dann auch schon. Also, wenn ich zum Beispiel sage, jetzt ist schon vorbei, nicht? Zuerst weiß ich noch nicht und dann ist schon gewesen. Also, was schließen wir daraus? Es gibt keine Gegenwart. Ja, drum kann man auch keine relevanten Aussagen treffen, die Gegenwart betreffend. Natürlich die Zukunft betreffend auch nicht, weil die ist ja noch gar nicht wahr, nicht? Hexens die Vorzukunft, da kann man exakte Aussagen treffen. Futurum exaktum. Morgen wird heute gestern gewesen sein, da fährt die Eisenbahn drüber. Man möchte ja glauben, dass man über die Vergangenheit relevante Aussagen treffen konnte, weil ja das schon war. Aber da gingen dann die Meinungen so stark auseinander. Zum Beispiel, was wir da voriges Jahr gefeiert haben, dieses 50-Jährige, was war das damals vor 50 Jahren? War das eine Niederlage oder eine Befreiung? Da gingen die Meinungen sehr stark auseinander. Also die zwei alten Krocher von der Kronenzeitung meinten ja, es war halt eine Niederlage gewesen. Ich sehe es eher als Befreiung. Sonst stündete ich ja nicht da unter Umständen. Ja, wie gesagt, das Programm heißt Alles zurück, eine Bewegung, weil es gibt in der letzten Zeit jetzt immer wieder so Bewegungen, die was nach vorn antäuschen tun und dann ganz stark nach hinten gingen. Und das Alles zurück, der Titel ist entstanden, wieder aus einem Dialog mit meiner Brieftragerin. Voriges Jahr im Frühjahr, wie ich geschrieben habe, das Programm, da kommt die Brieftragerin daher, Ruckswagel, Blalow voll, Hundswagel, Blattel voll mit Bettelbriefen. Und wie gesagt, nein, alles zurück an den Absender. Ich lasse mich da auf nichts sein. Nicht, dass ich geizig warrate, aber mit den Spenden muss man aufpassen. Vor allem, ob man vielleicht eine politische Karriere vorhat. Schauen Sie, ich bin in einem Alter, wo ich ministrabel warrate. Könnte durchaus Kanzler schon sein. Also Anzug hätte daheim und ein paar Tiger- und Bräunungskremie und das Godel hängt auch schon ein bisschen. Optisch und das schon passen. Und da muss man aufpassen. Da spendet man irgendwo falsch, dass man sich jetzt mal irgendwo verspendet und dann hat man einen Auftrag. Ich habe eh schon genug Probleme gehabt mit der Spenderei. Ich habe jahrelang gespendet für die Stapo, für die Staatspolizei. Die haben da immer so ein Faschingsgrenzchen, die sollen es auch mal lustig haben. Da geht es auch recht lustig zu. Manche tun sich verkleiden, manche gehen normal, alles trotteln. Und da habe ich immer wieder gespendet, so eine Dombola-Spende. Ja, das ist so ein Relikt aus den 70er-Jahren. Weil damals in den 70er-Jahren haben wir ja jeder Arena-Besitzer, jeder Atomgegner, wir haben jeder einen eigenen Stapuzisten gehabt, der uns auf Schritt und Tritt beschattet hat. Im Passgang sind sie uns nachgegangen mit schürchen Kleiderbauanzügen im Braunen. Das war so ein unsägliches Braun, da muss ich in einer Färberei, wo wir Maschinen verharmelt haben. Und dann zum Teil der zweite Wahl-Tacken, als er die Hosenachsen schiefeig gesetzt, lässt sich kaschieren, dreht man das Fusserl nach, da die Schulter enthält, und sagt, kann man schon ein Beschatterl machen. Und da habe ich halt dann immer wieder gespendet. Und dann bin ich im vergangenen Jahr draufgekommen, dass ich jahrelang gespendet habe für eine terroristische Organisation. Ich habe das gar nicht gewusst vorher. Aber das wurde dann aufgedeckt durch diese Äffler, diese Äffler-Partie, die, die früher eine Partei waren und dann eine Bewegung, ich weiß nicht, wo sie jetzt sind, ein Traumzüchter-Franier, wie das Windel halt gerade wehntut. Und diese A- und F-Partie hat das aufgedeckt, dass die ganze Stapo eine terroristische Organisation ist. Und es dürfte doch bitte die Kripo nicht viel besser sein wie die Stapo. Wenn man sich anschaut, wie viele Sozialarbeiter noch frei herumlaufen, eine Katastrophe. Das ist auch aufgedeckt worden, vorhin gesagt. Da hat der eine gesagt, dieser Geistes-Riese- und Sprachgigant da, der von der Beamtengewerkschaft Siegfried Dorr, glaube ich, heißt er, einer der größten Gehirnathleten des Landes, der hat auch vorhin gesagt, der Sozialarbeiter ist der natürliche Feind des Polizisten. So wie der Gepard der natürliche Feind des Thompson-Gazellchens ist. So ist der Sozialarbeiter der natürliche Feind des Polizisten. Also die Russen-Mafia ist ein Leerkerl-Schaß gegen die Sozialarbeiter-Mafia. Und keiner tut was dagegen. Dankenswerterweise haben sich die A und Fler da reingekaut und haben dann so ein Papier rausgegeben, wo drinsteht, wer alle dabei ist im Netzwerk des linken Terrors in Österreich. Über das durchlässt die Bundesregierung, die Gemeinde Wien, der ÖGB, Schnellbahn wahrscheinlich auch. Die Uft mit der Schnellbahn fahren die Linksterroristen. Schwarz natürlich, die Hunsgefraster. Die schauen ja, dass sie schaden können, wo sie nur können. Und die haben das dort aufgedeckt, es dürfte ja ganz Österreich unterwandert sein. Ich möchte nicht wissen, was heute im Saal linke Netzwerke sind. Alle praktisch, weil ihr euch keine Karten gekauft habt. Seid schon drauf auf der Liste. Ihr habt schon ein Stapo-Aktl, wo es aber laufend vernichtet wird. Also die haben, glaube ich, schon mehr vernichtet, als wir es angelegt haben. Jetzt müssen sie ein bisschen nacharbeiten. Nein, das dürfte ganz Österreich unterwandert sein vom linken Netzwerk mit wenigen Ausnahmen. Kronenzeitung ist nicht dabei und die Kräne Kieberei ist auch nicht dabei. Und auch die Alarmabteilung in Wien, die Vega, die Inbus-Schädeln sind auch nicht dabei im linken Netzwerk. Es sind vielleicht ein paar Nazi dabei, aber mit denen haben wir uns ja ausgesöhnt. Bitte, 50 Jahre Aufarbeitung sind genug. Jetzt muss wirklich einmal in Ruhe sein, wie die steirische Landeshauptfrau richtig gesagt hat. Jetzt muss einmal in Ruhe sein. Bitte, die Opfer wurden fürstlich entschädigt. Wir haben alle gekriegt, eine Netzkarte auf der BIM und einen Gutschein auf zwei Ankersemen. Jetzt muss wirklich Schluss sein. Es wurden auch die arisierten Häuser und Wohnungen durch die Bank zurückgegeben, soweit es halt möglich war. Oft war es nicht möglich, da war schon ein anderer drin, da kann man dann auch nicht so sein. Das mit dem Zurückgeben von den arisierten Sachen war gar nicht so einfach. Ich habe mir sagen lassen, in Kärnten sind ganze Täler übrig geblieben, was nicht und nicht zum Zurückgeben waren. Bis sich halt einer gefunden hat und gesagt, nehm ich halt den Schaß, das ist eh ein dreckiger. Die 23 Schüligen Steier werden wir schon leisten können. Weil das alles erledigt ist, ist dieses alles Zurück auch kein politisches Programm, sondern ein anthropologisches. Ich habe das studiert seinerzeit, ich war sehr früh maturiert, Mitte der 60er Jahre, mit 14,5 glaube ich. Ja, weil ich schon sehr früh immer die Buchstabensuppe gelesen habe, habe ja ein bisschen einen Vorsprung gehabt. Und habe dann sofort inskribiert an der Alma Mater, Rudolfina, an der Wiener Uni, ich wollte zuerst Medizin machen, ich habe dann gesehen, 45 Wochenstunden waren wir zu viel übergesagt, das mache ich in der Renten dann. Und habe dann inskribiert, Psychologie im Hauptfach und Anthropologie und Humangenetik im Nebenfach. Ich habe beides nicht abgeschlossen, keine Angst, weil sonst war ich nicht da, sonst war ich beim Kuratorium für Verkehrssicherheit, den Kopf zerbrechen, ob man den Vorrangtafel in Eckart oder Rund machen sollte. Und wie lang und wie breit denn der Mittelstreifen zu sein hätte. Nein, ich habe beides nicht abgeschlossen. Habe schon eine Zeit lang sehr eifrig studiert, wobei ich gestehen muss, im Hauptfach habe ich manchmal etwas auslassen. Ich kann mich erinnern, Entwicklungspsychologie, da musste ich einmal eine Arbeit schreiben, habe null Ahnung gehabt und habe dann in meiner Verzweiflung beschlossen, 16 Seiten unleserlich zu schreiben, was ich nicht empfehlen kann. Das ist ein Mörderhacken. Also auf einer halben Seite bin ich dann der Dreck gekommen. Das ist wie wenn man die Hieroglyphen nachher finden müsste. Ich habe es dann abgegeben und die Professorin hat mich dann ins Institut gerufen, ins Büro und sagte, Herr Kollege, ich kann Ihre Arbeit nicht lesen. Sie vielleicht sagen, nein, ich kann es jetzt auch nicht mehr lesen. Das war durch die Aufregung. Aber im Nebenfach war ich sehr fleißig. Anthropologie und Humangenetik. Da haben wir einen interessanten Professor gehabt, der war noch mehr vom alten Schlag. Der muss in seiner Jugend bei mehreren schlagenden Verbindungen gewesen sein, weil er einen schwer geschnitzten Schädelkopf, der ausschaut wie der Dobermann von den Elfler. Der muss aber wirklich damals drei, vier Mensuren geschlagen haben, weil er dann Schädelkopf wie ein Apfel botzen. Aber so war er ein netter Kerl. War natürlich noch vom alten Schlag, war noch mehr auf diese Rassengeschichten drauf, wo man heute weiß, ist alles ein Blödsinn, wissenschaftlich nicht haltbar. Es gibt keine Rassen unter den Menschen. Wir sind einander so nahe verwandt, dass es völlig wurscht ist. Es kann durchaus, der Eskimo mit der Zulufrau, oder umgekehrt, können durchaus Körpersäfte austauschen und es kommen immer Geschroppen aus der dabei. Es war noch nie, dass ein Melkstockerl oder eine Schlagbohrmaschine rausgekommen, weiß ich nicht. Immer Menschenkinder. Und fortpflanzungsfähig, also nicht so Muli-artig, nicht? Denn Muli ist ein Problem mit Fortpflanzen, das geht nicht. Wenn es Muli alt wird, kannst du es weggehauen. Dann muss man wieder den kleinen Esel auf die große Sturten raufheben, dass man sich... ...ein neues Mullerl machen kann. Aber der war halt noch mehr auf diese Rassen drauf. Wir sind halt mit verschiedenen Wuckerl, andere Wimmerl, andere Hautfarbe, aber unter der Haut sind wir alle gleich. Aber der war noch mehr auf diese Rassen drauf. Und ich kann mich erinnern, in den Übungen, da haben wir so Rassenbestimmungen gemacht, anhand von Todenschädeln. Die haben wir so, haben wir dummgetragen, auf der Tablette, jeder hat zwei Todenschädel. Wie in der Kantine, nur waren schon angenockt. Also, einen Hunger hätten wir eingekommen. Die haben wir dann vermessen mit Hilfe von Zirkeln und haben auch die Schädelkapazität gemessen, indem wir aus dem Messglas Senfkörner hineingefüllt haben, um die Rasse zu bestimmen. Gott sei Dank war überall ein Pickerl drinnen, wo es eh draufgestanden ist. Jetzt haben wir zwei Tage schmäh halb ameinander gemessen und dann haben wir reingeschaut und gesagt, Slave mit einem flachen Hinterschädel, wir wissen es ja, ich am besten, weil es dauernd am Buggel liegen, die faulen Hunde. Oder vielleicht durch die kurzen Bordwandeln in der Zimmerkugelwohnung, das kann auch sein. Also, bei mir ist es vom kurzen Bordwandeln, wo das Schädel noch weicher ist, dass man diese slavische Abplattung da bekommt. Es sind ja viele Menschen geprägt durch die Badegewohnheiten in der frühen Kindheit, also, abgesehen von denen, die was zu Hause gebohrt worden sind, wo viele jetzt in der Politik auch tätig sind, nein, ich meine, die einen, dann der andere mit dem kurzen Bordwandeln und dann die anderen, die was im Laufurbad worden sind, die sind so rund worden, weil man sich immer reingedruckt hat, dass Spatzi auch nass wird. Und die sind dann so geblieben. Die sitzen im Flieger immer neben uns, wo sich gar kein Ellbogenduell mehr ausgehört haben, auf der Armlehne, weil der Gößermuskel so umgewachsen hat, man wie ein Pischkotendoss sitzt da nicht. Und die Übungen waren sehr interessant, so Anthropologie und Humangenetik, zum Beispiel, damals, wenn in Schönbrunner aufgestürmt ist, haben wir ihn sofort gekriegt aufs Institut, um ihn zu bestimmen, wir haben gleich gesehen beim Eintragen, Bavian, hab aber nichts gesagt, weil sonst wäre der Opfepotzen mörderisch heiß gewesen, und haben gesagt, was kann das für ein Tier sein, ein Erdhörnchen, eine Ziege, und dann haben wir ihn vermessen, zwei Stunden, haben wir gesagt, Bavian, alle einen römischen Ansatz gekriegt. Und jetzt habe ich mich im vergangenen Jahr wieder meiner anthropologischen Studien entsonnen, weil ich habe da eine längere Kabarettpause hinter mir gehabt, die Haxen operieren lassen, weil ich da so Überbahner gehabt habe, Haluxpartie, aber ich bin in meine herrlichen Bock nicht mehr reingekommen, bin in so ein Habra-Orthopäde, ich sage, ich schnitz mir die Haxen, ich habe das auch getan in einer vierstündigen Operation, habe mir wieder zwei schlanke Fusseln gemacht, was ich unterschätzt hatte dabei war, dass ich dann doch eine Zeit lang rekonvaleszent war, musste mich dann mit dem Rohlwagerl und mit den Kruppen zum Wirten schleppen, wo ich meine Anthropologenrunde immer treffe, sondern hauptsächlich Anthropologen und Humangenetiker, was ich dort treffe, und es werden auch solche Probleme besprochen, hexens zwischendurch, bevor uns der Wirt haut, spüren wir schnell ein Bummerl, widerwillig, aber dann geht es wieder weiter mit Anthropologie und Humangenetik, ja, ja, ja. Und da habe ich sehr viel diskutiert, ich habe sehr viel nachgelesen, sehr viel geforscht, und im Zuge meiner Forschungen bin ich dann draufgekommen, dass die Wiege der Menschheit nicht in Österreich steht, sondern in Ostafrika. Also braucht ihr nicht glauben, ihr Germanen, dass ihr in Lillehammer hinter einem Bahn vierig sprungen seid, wir kommen ursprünglich alle aus Ostafrika, und wenn heute einer sagt, schleicht euch alle dort hin zurück, wo ihr hergekommen seid, wisst ihr mal, alle runter auf Ostafrika, was ein Riesenproblem war. Die ganze Menschheit, wenn sich zusammentrennt, eine Riesendrängerei in Ostafrika, jetzt hätte die Erdkugeln vielleicht unwuchtig werden, aber die alle dort davon hoffen, dass dann so sich da hinwalzen und das, wo man praktisch keine genaue Uhrzeit mehr hat. Und auch die Ansteckungsgefahr, darf man auch nicht unterschätzen, Ansteckungsgefahr, ich sage nur eins, Ebola-Virus, wo man sich sukzessive als ein ganzer Aussicht schreibt und als nasses Fleckerl überbleibt. Die ganze Menschheit würde niederpräkeln und als kleiner Sumpf überbleiben und die Erdhörnchen würden wieder die Weltherrschaft übernehmen, wo sie eh schon scheren mit dem Futterhut. Jetzt fragt man sich natürlich, warum Ostafrika? Nun, man hat vor Jahren dort einen Knochenfund gemacht von einer gewissen Lucy. Jetzt weiß ich nicht, ist draufgestanden Lucy, oder hat sie sich vor dem Opa-Anging schnell eingraviert, Lucy, was hier 2,5 Millionen vor Christus knackst? Jedenfalls sagt man Lucy, weil Australopithecus aferensis und man sagt, die Lucy wäre die Urmutter der Menschheit. Man hat aber nicht nur die Knochen von der Lucy dort gefunden, man hat später auch Spuren entdeckt. Fußspuren, versteinerte Fußspuren, man nimmt an von einer Familie, weil sie dreierlei schurig geressen waren und die müssen schon auf die Hinterfüse gegangen sein. Also pro Person ein paar Spuren waren nur da. Die müssen sich oben schon geteilt haben, Nasenbohr. Quatschen geben. Und man nimmt an an der Familie, weil sie dreierlei schurig geressen waren. Vorhin war ein 43er-Päckl, wo es wird der Vater gewesen sein. 5 Meter dahinter, ein 38er-Hammerl, die Mama. Und wieder 20 Meter weiter hinten, ein 21er-Schuchl, der Geschraub, was hinten noch damit ist. Die müssen damals, circa eine Million vor Christus, die müssen damals durch heiße Lava-Asche gegangen sein. Kein Mensch weiß warum, wahrscheinlich hat der Alte gesagt, da kommen wir jetzt weiter. Nein, Papa, bitte nicht, das raucht ja noch. Gutsch, geht's mir doch. Sind schon eine. Von denen dürft man nicht direkt abstammen, weil die werden nicht weit gekommen sein, der heiße Lava-Asche. Ich schätze noch eineinhalb Kilometer, dass es gar waren. Well done. Hat sich der prehistorische Geier ein warmes Gabelfrühstück einschraufen können. Aber es waren ja nicht nur die, es waren ja andere auch, die sind außen herum übers kühle Moos gegangen. Und die haben sich dann weiterentwickelt. Es kam dann zu einer Unmengel von Entwicklung. Es kam dann zu der Entwicklung der Hominiden. Da sind wieder welche ausgestorben. Homo Neandertalensis, die sind wieder ausgestorben. Und letztlich kam es dann 90.000 bis 150.000 vor Christus. Da gehen die Expertenmeinungen ziemlich auseinander. Kam es dann zur Entwicklung des Homo Sapiens Sapiens. Das sind mir praktisch. Homo Sapiens Sapiens, zu Deutsch Mensch, Weise, Weise. Zweimalweise, bei einem Mal, wenn man sich denkt, vielleicht sind wir doch trotteln, haben wir es auch zweimal dazu. Und das sind natürlich eine Unmenge von Nebenentwicklungen. Also die heutigen Hominiden, die Menschenaffen, sind sehr nahe mit uns verwandt. Der Schimpanse hat 98,5 Prozent der Gene mit uns gemeinsam. Gar nicht zu reden von Bonobo, wer ihn kennt. Bonobo, der Zwergschimpanse. Ein interessantes Viecherl, habe ich im Zuge meiner Forschungen auch berücksichtigt. Der Bonobo, erstens einmal sind die sehr intelligente Bonobos, und dann haben die eine interessante Sozialstruktur. Es gibt bei denen keine wickeln, keine körperlichen Auseinandersetzungen. Wie ein bisschen ein Köch ist, wird das sofort per Sexualkontakt erledigt. Also wie ein bisschen ein Wickel ist, wird sofort geschnachselt. Oder was ist da? Geh, schau mir nicht so besser an, komm mir, mach mir ein Haarpal. Und sofort. Und sofort ist alles wieder Eitelwonne. Von denen stammen wir nicht direkt ab, weil bei uns werden ja die Konflikte eher mit der Ziergeljotten erledigt. Aber ich möchte Sie jetzt multimedial in jene Zeit zurückführen, von 90.000 bis 150.000 vor Christus in Ostafrika. Haben Sie Evalium heute nicht genommen? Haben Sie die Psychopharmaka abgesetzt, ohne mich zu informieren? Wieso hören Sie, wenn Sie sagen Multimedial? Ach so, Sie wollen sich einbringen. Das finde ich sehr nett, sehr schön. Völliger Blödsinn natürlich. Sie hören Ostafrika und fangen ins Trommeln auf. Weil es einmal ein Pauschalurlaub da unten war, wo die gedungenen Neger auf koreanischen Trommeln in der Hotellobby herumtanzen tun. Völliger Blödsinn. Außerdem historisch völlig falsch. Es gab damals noch keine Trommeln, 90.000 bis 150.000 vor Christus. Es gab damals auch noch keine Musik, geschweige denn Sprache. Das war alles nur rudimentär vorhanden. Also Sprache und Musik waren eins damals. Es waren so Lautäußerungen wie ein Schneizerl, ein Rülpserl, ein Schasserl. Zähneklappern war sehr viel dabei. Weil in dem Moment, wo der Homo sapiens sapiens entstanden ist, haben sich die Leute sofort mörderisch zum Fürchten angefangen. Also wie gesagt, die Lautäußerungen waren damals ein Schneizerl, ein Rülpserl, Zähneklappern, ein Schasserl. Und selbst die Irxentrompete wurde erst Jahrtausende später erfunden. Das war... Das haben Sie sehr schön gemacht, Herr Professor. Da haben Sie sich einen Zwischenapplaus verdient. Wenn Sie jetzt genau hingehört haben, dann haben Sie es gehört. Es war ein Abgangsapplaus. Sie dürfen abgehen, sich in der Garderobe still beschäftigen, stricken Sie einen Schal mit 30 Metern, aber kloppen Sie nicht mit den Nodeln. Ich höre alles auf der Bühne. Aber es hat er ganz gut gemacht, Herr Professor. So muss ich damals geklungen haben, weil die gesungen haben, Ehre sei Gott in der Höhe, weil der Blitz dann eben in die Agazie reingeschlagen hat. Und jetzt möchte ich Sie, wie gesagt, in jene Zeit zurückfinden. Ich möchte Ihnen eine kleine Szene vorspielen aus jener Zeit von einem jungen Ehepaar auf der Wanderschaft gen Norden. Natürlich nicht in der Originalsprache, das würden Sie nicht verstehen. Es ist mir in monatelanger Arbeit gelungen, die Phoneme zu isolieren und diese Sprache ins Österreichische zu übertragen. Und in der Sprache möchte ich es dann vortragen. Es wird jetzt eine Verwandlung hier stattfinden. Das Ganze verwandelt sich in die Savanne von Ostafrika von 90.000 bis 150.000 Jahren. In der Savanne, siehe da, ein Felsbrockerl, vor dem Felsbrockerl ein zweites Felsbrockerl. So schaut es nämlich wirklich aus in der Savanne. Nicht so wie in die Universumfilme, wo Sie immer sehen, wo nur das wogende Gras ist. Da sind solche Felsbrockerl oft runter, wo sich oft das Dompsonger-Zellchenes vor der Laufwand brechen tut, was man aber nicht zeigt, wenn man das Bambi nicht leiden sehen möchte. Wie gesagt, Savanne, Ostafrika, 90.000 bis 150.000 vor Christus, zwei Felsbrockerl, die ausschauen wie ein Tischerl und ein Pankerl, ein idealer Rastplatz geradezu. Bongo, Bongo, komm her, ich habe ein herrliches Platz gefunden für ihr Hausen. Schau, da gibt es auch was zum Trinken. Savossa! Na ja, Affenbrotbaum, Schnapserl ist keins, aber ist nicht gescheiter. Denk an deine Leber. Viel Teufel. Was gibt es zum Essen? Na, was hast du denn erbeutet? Warst du den ganzen Vollmittag unterwegs? Na, Toda! Ich gibt Termiten! Was willst, Eiweißrecht, das Beste für einen Ausdauersputler. Außerdem, eine Stunde lang habe ich Kraft mit den Aumasenbären, bis er sich geschlichen hat von seinem Termitenhügel. Lass mir doch nicht von dir den Appetit verderben. Nein, ich möchte mich eh nicht mit dir streiten. Mh, gar nicht so schlecht. Mh, eine Königin ist auch dabei. Wir haben ja gar nichts verputzen können. Groß wie ein Ankerwecken. Schade, dass es keine Eiszeit ist, sonst könnte man es einfrieren. Einmal ein Teufel nicht an die Wand, jetzt wird eh jeden Tag geköder. Ich bereite, dass wir nicht, dass wir nicht immer voll beharrt sind. Geschatzt, deswegen habe ich dich... Mh, ein Lausel. Deswegen habe ich dich auch genommen, weil es nicht so ausgeschaut hat wie die anderen Affenschädeln. Weißt was? Lachst morgen den Ameisenbären in eine Falle, haust ihm eine am Ziguri und ich mache dir ein schickes Bierschmantel aus deinem Fell. Na, fröhlich, dass ich auch schon wieder ein Ameisenbär, ne? Dass ich alle ausschiefen, verlochen, wenn Sie mich sehen. Das würde ja so passen. Ich bitte, ich habe es ja nur gut gemeint. Außerdem, wer sollte ich denn schon sehen? Schönerst du dich vielleicht vor die Offen, vor den Bonobos? Wir sind die ersten Menschen. Homo sapiens sapiens. Ich weiß überhaupt nicht, ob ein Mensch sein möchte. Leihwand haben wir es gehabt, rund in Urwald. Auf Hin und Her haben wir es gehabt, den Säbelzahntiger, der Ugo und ich und die anderen von der Blodern. Geh, 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 geh. Um einander posiert habt ihr mit die Bonobo-Weibern, mit die Ausgeschamten. Und mir hast du erzählt, du bist auf der Jagd. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Gene du da verschleudert hast. Und wir haben noch nicht einmal ein Junges. Ich will es schon nur wehren, Schatzi. In 100.000 Jahren ist die Erde überbevölkert. Aber jetzt ganz was anderes. Was hat denn gesammelt? Alles Nachspeis. Da, ich habe da was ganz Neues entdeckt. Ich nenne es Apfel. Na, grüß Gott, aber wirklich nicht. Ja, jeden Tag kann ich dir keinen Honig bringen. Ich bin eh noch ganz zerstochen vom letzten Mal von den Killerbienen. Außerdem, das ganze Sammeln bin ich leid. Dauernd tritt man sich was ein, ein Dorn. Um jede Wurzel muss man mit einem Warzenschwein raufen. Jede zweite Beere ist giftig. Ich habe das so satt. Achso. Dann fangen Sie sich jetzt schon eins umdrehen. Bitte. Wie soll es recht sein? Gehst halt du jagen. Die möchte ich sehen, wenn du das erste Mal Auge in Auge einem Mammut gegenüberstehst. Die bitte ich das einzige Mammut, das du jemals erbeutet hast, hat der Blitz das Schlagen. Das war schon durch, bevor wir es noch übers Feuer geschmissen haben. Und C war es. Andererseits so ein Mammutstickerl wäre doch was anderes als ein Ameisenbiegel. Na du gefällst mir. Du hast da ande umeinander gesudert, du willst das verbessern. Du hast mir da ande vorgeworfen, dass ich mich nächtelang von Liane zu Liane schwingen tue mit den Habern. Dabei sind wir eh zu Hause gesessen und haben geballert und uns in den Kopf zerbrochen, ob wir nicht alle lieber offen bleiben sollten. Na, dies ist ja auch weitgehend gelungen. Ich habe mich abgestrudelt. Oh, gestrudelt ist gut. Teppert umeinander dran, du hast nicht in deiner Wohnung gerufen. Das ist ja der Grund, warum wir uns das Wanderjahr haben einlegen müssen. Warum wir da umeinander hatschen wie die Tepperten. Weil du gesagt hast, dass da oben irgendwo was besser sein soll. Ja, ich habe einen Traum gehabt. Ein Pfahlbau am Hallstädter See. Ein Gehege mit Viechern, die ausschauen wie Mammuts, nur kleiner. Und die Stoßzähndern haben sie weiter oben am Kopf. Und melken kann man es auch. Dann fangen wir uns Vögel, denen stutzen wir die Flügel und sperren sie ein. So lange bis so deppert sind, dass uns jeden Tag ein Frühstückseil legen. Ich tue kochen, ein bisschen töpfen. Und wer weiß, vielleicht erfinde ich auch das Stricken, Häkeln und Weben. Na, fröhlich, und ich stehe dann da in der Evolution wie ein Volltrottel, nicht? Nein, 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 wenn wer was erfindet, dann bin das ich. Na, bitte gerne, was schwebt ihr denn vor? Der Mikrowellenherd, der Hochdruckreiniger, das Nudelholz oder am Ende gar das Rad? Na, fröhlich, weil ich angeschied bin, werde ich Rall erfinden. Was mache ich mit einem Rall, wenn ich Rall fahren kann? Gut, mach dir etwas anderes. Legst dein Dinkelfeld an, kannst dich austoben beim Waldroden, dann tust du Pflügen, Ecken, Seen und Ernten. Hm, ich freue mich schon auf die palaststoffreichen Dinkelläubchen. Nein, 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 das Ackern ist Teihaken, fürs leibliche Wohl sorgst du. Ja, höchstens vielleicht einmal am Sonntag, dass ich grille, aber im Wesentlichen ist das Teihaken. Außerdem, der Mensch lebt nicht vom Dinkelweckerl alleine, also werde ich schauen, dass kulturell etwas weitergeht. Kulturell, das Wort kenne ich gar nicht. Ich auch nicht, das ist mir den Moment eingeschossen. Muss ein Evolutionsschub gewesen sein. Heute gespür schon wieder einen Evolutionsschub. Ich weiß schon, was ich machen werde. Ich werde die Trommel erfinden. Dauert einmal drei Jahre, schätze ich mal tief. Aha, und was machst du dann mit deiner sogenannten Trommel? Noch gar nichts, weil ich noch keinen Schlägel habe dazu. Muss ich auch noch erfinden. Dauert noch einmal zwei Jahre. Na gut, nach fünf Jahren habe ich eine Rinderherde, einen Händelstall, ein Gemüsegartl. Du hast eine Trommel. Was machst du dann damit? Kann man es essen? Na sicher nicht. Dann kann man wenigstens die Wäschtrinnen waschen. Na ja, Früsen sind ja Jungsteinzeit und die sind auch noch nicht ausgemacht. Ja, heiliger Bimpern, was machen wir denn dann mit dem Klumpert? Na blöde Frag, Trommeln. Ja, aber das ist doch völlig sinnlos. Nein, das ist Kultur. Ja, die Erfindung der Trommel war ja ganz wesentlich für die kulturelle Weiterentwicklung der Menschheit. Denken Sie an die Kriegstrommel, die schon erwähnte Wäschetrommel oder heute ganz wichtig, die Lottotrommel und last but not least die Werbetrommel. Ohne die geht ja überhaupt nichts mehr heutzutage. Und da tun sie, manche tun sie schwer mit der Werbetrommel. Politiker überhaupt. Die machen eine super Politik, aber können sie nicht runterbringen. Warum? Weil sie nicht verstanden werden von den Menschen. Weil sie alle so abgehoben sind in der Sprache. Sie sind ja alles Akademiker. Sie sind ja wie wandelnde Fremdwörterlexiker. Man versteht sie nicht. Also da waren die Gründerväter unserer Republik, die waren aus einem anderen Holz noch geschnitzt. Die hat man verstanden. Die hat dem Volk aufs Maul geschaut. Gut, wenn man zum Beispiel der Leopold Fiegl, der Fieglbeutel, legendärer Kanzler, legendärer Außenminister, wie man den nicht verstanden hat, lag es nicht an den Fremdwörtern, sondern am grünen Wörtliner. Und ich muss ja ansagen, das hat mich voriges Jahr so gestört, in dem Jubiläumsjahr, wo es uns so legendäre Figuren in Dreck eingezahlt haben. Ich bin doch aufgewachsen in dem Bewusstsein, Leopold Fiegl, in der Volksschule habe ich das schon gelernt, dass der nach Moskau geflogen ist, hat durch die Russen unter den Tisch geschechert und dann haben sie uns einen Staatsvertrag gegeben. Jetzt lässt man auf einmal, er hätte sich nur selber unter den Tisch geschechert, jeden Tag, und die Russen haben immer mit mir heimzahnt, müssen wir ihn tragen. Doch völlig wurscht. Wach war er, der Ivan, und hat uns einen Staatsvertrag gegeben. Da sollen sie die heutigen einen Scheiberl anschneiden, von den Dammoligen, bitte. Wenn heute einer sagt, ihre Rhetorik ist degutant, sie demagogischer Rabulist. Versteht doch kein Mensch, nicht? Übersetzt würde es heißen, ihre Redekunst ist widerlich, sie volksverführender Wortverdreher. Pfeift auch nicht wirklich. Volksnah ausgedrückt, würde man sagen, Gusschissener. Das würden die Menschen verstehen, und damit könnte man vielleicht auch die Lufthoheit über den Stammtischen zurückerobern. Aber es genügt ja nicht nur in der Sprache, volkstümlicher zu werden, auch die Politik müsste volkstümlicher sein. Um nicht zu sagen, populistischer. Das darf man doch nicht nur den einen überlassen, der was da nicht liegen tut. Also, den hat der Pinocchio eine Stubsnasel. Man muss selber eine populistische Politik machen. Und ich muss sagen, es gab da schon Ansätze vor Jahren in der ÖVP unter Alois Mock, bevor er seine Prägtänzerkarriere begann, gab es Ansätze zu einer populistischen Politik. Da gab es ein Programm, da war alles drinnen für jeden und für jeden. Das konnte jeder und jede besten Gewissens unterschreiben. Da ist dringestanden, für Wohlstand gegen Armut, für Wohnungen gegen Obdachlosigkeit, für Schnitzel gegen Hunger, für Schnittrosen gegen Gürtelrosen, für Leihwand gegen Orsch, für Schee gegen Schirch, für Worm gegen Kalt. Also, da war praktisch alles. Oder heute würde man sagen, für Kalt gegen Worm in der jetzigen Situation. Aber da war alles drinnen. Das konnte jeder und jede besten Gewissens unterschreiben. Ist in Vergessenheit geraten. Professor Kassler und ich, wir haben das wieder ausgegraben, in musikalische Form gebracht und möchten das jetzt präsentieren unter dem Titel Eine andere Politik. Wenn ich verstehe, was zu reden hätte, ich mache jetzt jeden recht. Der Bauer kriegt eine Kur, wie eine Ruhe, wie eine Ruhe. Der Segler kriegt eine Brise, der Grüne eine Wiese. Das Bundesheer kriegt Wochen, der Zoodirektor offen. Der Ratschen, Bub, a Ratschen, wer deppert, ist a Watschen. Der Raser kriegt kein Strafmandat, die Heurigen kein Planquadrat. Die Schnellbahn kriegt a Schiene, der Imker eine Biene. Und warum gebe ich das alles her? Weil ich's heut, weil ich's heut, weil ich's heut a Leib an der Bär. Jawohl, weil ich bin heut, weil ich bin heut, weil ich's heut a Leib an der Bär. Das Fernsehen kriegt a Quote, der Totengräber tote. Der Hopfen kriegt sein Malz, der Heimer seinen Alz. Der Hänsel kriegt sein Gretel, wer bettelt, kriegt ein Pettel. Der Zilg a Neiges Bratzel, der Tatzelwurm ein Tatzel. Der Osterhaus kriegt Eier, die Republik a Feier. Der Maulwurf kriegt ein Haufen, die Austria ein Schrafen. Der Hackler kriegt ein Hocken, der Glatzer, der kriegt Glocken. Das Fassel kriegt ein Boden, der Wallnach neue Boden. Und warum gebe ich das alles her? Weil ich's heut, weil ich's heut, weil ich's heut a Leib an der Bär. Weil ich bin heut, weil ich bin heut, weil ich bin heut a Leib an der Bär. Naja, werden Sie sich jetzt möglicherweise fragen, Leib an hin, Leib an her. Aber wie will er's denn finanzieren, der Bär? Nichts leichter als das. Wir nehmen allen Hilflosen den Zuschuss weg und den Zahnlosen's falsche Gebiss. Wer eh schon nix mehr hat, der kriegt dazu ein Dreck. Und der wird nur versteiert, das ist Kiss. Wir streichen der Wöchnerin das Wochengeld und dem Putzerl das Windelpaket. Alle Rentenzahlungen, die werden jetzt eingestellt und den Herzkostenzuschuss zahlen wir nicht. Den Endverbrauchern drehen wir die Gas an und der U-Bahn streichen wir das U. Mit der S-Bahn machen wir das dann auch so und dem Du-Freund entziehen wir das Du. Wir streichen den Blinden, den Blindenhund und den Terrischen den Hörapparat. In den Schulen verkürzt man die Unterrichtsstund. Und wann Glotteis ist, wird nimmer gestrahlt. Ja, ich hab mir schon vor längerer Zeit überlegt, wie wir unsere komplette Misere ganz leicht beheben könnten, in der wir jetzt da sind. Ich hab mir vor Jahren schon vorgeschlagen, in einem Kabarettprogramm, es wurde nicht auf mich gehört. Hab ich schon vorher gesagt, umstellen das ganze Sozialsystem auf Lotterie. Alle spülen, wer gewinnt, hat das Leiband, wer nicht gewinnt, macht freiwillig den Hechtler in die Familiengruft hinein und eliminiert sich. Aber bitte, kommen wir weg von so unangenehmen Sachen, kommen wir doch zum Angenehmen. Bitte, wir leben doch in einer herrlichen Zeit heutzutage. Bitte, es ist doch alles da. Es ist ja alles da heutzutage, vor allem am Sektor der elektronischen Medien. Bei Ihnen zu Hause wahrscheinlich auch alles verschüsselt, verkabelt, modemisiert. Es ist doch wirklich eine herrliche Zeit, es ist wirklich alles da. Wenn ich da zurückdenke an meine Kindheit in den frühen 50er Jahren im 10. Bezirk, da war ja nichts da. Es war nichts, da war was da, noch nichts war da. Haben damals die Leute selber oft gesagt, ist ja nichts da. Weil nichts da war. Bitte, Fernsehen, ein Programm, schwarz-weiß und nicht einmal jeden Tag. Bitte, die, die ein Apparat gehabt haben, haben schon jeden Tag geschaut. Die haben sich das weiße Rauschen angeschaut und dann das Testbüdel hat der Vater schon geschickt. Geh Mama, ich weiß nicht, das flimmert mir heute anders wie gestern. Nimm die Lebelle zur Hand. Ist die Mama schon gestanden mit der Zimmerantene? Und wenn es dann so war, hat der Vater gesagt, so ist Leihwand, so bleib jetzt da. Bis zur Himne, bis zum Sendeschluss. Aber das Tollste damals waren ja die Einschaltquoten. Da kann man heute nur träumen davon. 100% war Standard-Einschaltquote. An manchen Tagen waren die Quiz 21, 180, 190% Einschaltquote. Albanische Wahlauszählungen geradezu. Es gab auch ein tolles Kinderprogramm, wie man selber kein Apparat gehabt hat. Weil wir arm waren, war ja nichts da. Und wir haben bei den Nachbarn schauen dürfen. Mittwoch und Sonntag gab es Kinderprogramm. Um 17 Uhr, was damals schon nachts schlafende Zeit war, haben wir schon gekriegt den Pyjama anzuholen, Gute-Nacht-Watschen. Und wir haben uns angeschaut. Fury, Lassie, Corki, der Zirkusboy. Casey Jones, der Lokomotivführer. Waren wunderschöne Serien, amerikanisch, schwarz-weiß, etwas angewätzte Kopien schon. Aber gewaltfrei. Nicht so wie heute, wo sich die Geschroppen um sechs in der Früh schon die Power Rangers einziehen tun und dann flackernden Auges in die Schule torkeln. Das gab es damals nicht. Das war gewaltfrei. Ich weiß noch, zum Schluss, bei allen Serien zum Schluss haben sie immer gelacht. Das Rost, der Hund, die Lokomotiv. So eine Dramaturgie zum Schluss. Da haben sie wie zufällig alle auf einem Haufen gestanden und haben sich weggeschäbert. Da haben wir gewusst, ich ziehe es gleich aus. Das war wirklich das ganze Kinderprogramm damals gewaltfrei. Na ja, wenn ich so nachdenke, es hat schon härtere Sendungen angegeben. Wenn ich so zurückdenke, die Bastelstunde. Lieberfreund, das war eine Hardcore-Partie. Wer bastelt mit? Die Bastelstunde mit Onkel Franz. Franz Kocha, der Bastelonkel. Ein strenger Kerl. Der Fettberg hat seine Freude mit ihm. Und das war, da haben wir uns direkt gefürcht, mein Bruder und ich beim Zuschauen. Gut, ich bin ja, was das Basteln betrifft, ich bin da ein bisschen, glaube ich, ich bin da traumatisiert worden in der Kindheit. Ich habe das nie gekannt. In der Volksschule schon nicht. Und dann in der Mittelschule, in der Unterstufen haben wir es auch noch gehabt. Und dann handarbeiten, weiß ich noch mal, aus irgendeinem Tepp hat ein Sperrholzbredel mit der Laubsäge was rausschneiden müssen. Elendig. Mir ist es nicht mehr angerissen, das Sagel und der Zapprug, der Bladestreber nimmt mir, bin schon fertig. Was ich da gemeint habe. Der Arme musste mir zum Muttertag für die Mama aus einem Sperrholzbredel ein Geschenk raussagen. Der Blad hat ja da einen Dschungel raussagsagelt für die Mama. Und ich bin meiner Verzweiflung, habe ich das Bredel dann quer durchgesagelt und der Mama ein zweiteiliges Puzzle geschenkt. Wurde überreicht um halb fünf Uhr früh, weil die Kuchel schon brennt hat vom Gaugau machen. Die Mutter hat es sofort gelöst. Und als Belohnung gab es einen Strauß Tulpen, gestohlen aus dem Keplerpark. Und dann zum Trieberstrahl noch den Flieder. Der war damals auch schon sehr beliebt, um einen Muttertag. Es war interessant damals, der zehnte Hieb hat um einen Muttertag ausgeschaut, dass er die Parks wie wenn ein Hörerchen drüberzogen war. Der Hörerchen Yoshi übern Zehnten drüber gehabt. Die Fliederbuschen waren in Kniehöhle abgefetzt, wie mit einer Machete abgehackt, ausgerissen. Alle haben den Stingerten Flieder reingezahlt, in die Zimmerkuchel, wo die Mama wieder in die Polster zurückgesunken ist. Und von dort bin ich gehändig gehandicapt, was das Basteln betrifft. Und da habe ich mich so gefürcht vor dieser Bastelstunde. Dabei hat die heimlos angefangen. Da war so ein Vorfilm, so eine Art Trickfilm, also kein echter Trickfilm, da war so ein Mandel aus Sperrholz, hat mit einem Fuchsschwanz eine Zirgeljotten angesagelt und dazu, ich kann jetzt nicht pfeifen, und die ist nie abbrochen, die Zirgeljotten, so gut, wenn sie noch nicht mit dem Trickfilm. Aber mir hat das so fasziniert dazu dreieckig abgebreselt. Wie machen die die Breseln? Ist der eine mit dem Zwarerblei hinten und beckt das ab? Jedenfalls war das dann aus der Vorfilm, und dann ist aufgetreten der Bastelonkel Franz Kutscher. Grauer Arbeitsmantel, hochgeschlossen, Knöchelgang. Grüß euch Gott, liebe Kinder! Wir basteln heute ein Meisenhäuschen! Boah, das ist so... Ein Meisenhäuschen, scheiße, ein Meisenhäuschen, ein Meisenhäuschen! Ein Meisenhäuschen! Basteln heute ein Meisenhäuschen! Mach es aber nicht alleine, ich hab zwei Assistenten hier, den Franzi und die Monika. Der Franzi gestanden, kurze, lederne, weißes Hämert, Scheitl, Spangel, durch die Kopfhaut durchgetrieben, durch den Schädelknochen bis an die Duramata, die harte Hirnhaut herangeführt, damit es beim Schädelbeil nicht rausfallen kann. Auf der anderen Seite die Monika, Dirndl, Zepf, hintere Zart, dass es schlitzaugert war. Die beiden werden mir jetzt helfen! Ja, ja! Und dort der kleine Franzi, einen Hammer in die Hand genommen, mehr hat er nicht gebracht. Was machst du denn da? Nimmst du einen Hammer in die Hand? Machst du was kaputt oder tust du weh? Leg ihn hin, stell dich in die Ecke, schau mal von dort zu. Und der ist schon gezogen, den Passgang in die Ecke. Währenddessen hat die Monika in Kleister reingriffen, weil du nur mit Kleister gehörst. Schwerer Uhufeind, alles giftig. Heute wissen wir es. Was machst du denn da? Greif den Kleister hinein, stell dich in die Ecke und schau mal von dort zu. Die ist den Passgang in die andere Ecke gezogen. Und dann hat der Kocher Franz in Windeseile ein Meisenhäuschen in Form einer Traumritterburg hingestellt, und sie schlafen fünf Jahre Hagelnden. In Schweiße ihres Angesichtes. Das haben wir mit mir meistens nicht mehr gesehen, wenn wir schon tränenblind uns geweißelt haben am Teeweg vom Nachbarn. Und jetzt, aber um zurückzukommen, also wie gesagt, das war damals, das kann man sich ja heute, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Natürlich wurde manchmal auch gearbeitet mit einfachsten Materialien. Wir bauen ein Atomkraftwerk, dazu brauchen wir ein Stück Bindfaden, etwas Klebstoff und zwei Bogen Buntpapier. Nach dem Plan wurde auch Mohoffzee errichtet, ich glaube, dem Sie den Coach Franz exhumierterweise als Konsumenten geholt. Aber auch wenn mit einfachsten Materialien gearbeitet wurde, haben Sie das mache ich auch nicht leisten können. War ja nichts da. Manche waren so, wir waren auch arm, aber nicht so arm. Wir haben uns schon manchmal ein bisschen ein Bastelmaterial besorgen dürfen, so Buntpapierresteln, wo die anderen schon ausgeschnitten gehabt haben. Ich meine, so dünne Mondern waren das meistens. Da kann man auch was Schönes machen, wenn man einen schweren Bäcker hat. Aber manche haben sich überhaupt nie was zum Basteln besorgen dürfen. Kein Bastelmaterial. In meiner Klasse habe ich einen gehabt, der war so arm, war aber ein findiger Kerl und hat dann die Nasenrahmen zusammengesammelt und hat da Kripperlfiguren draus gemacht. Der hat da so eine Fingerfertigkeit entwickelt, der konnte es dann schon einhändig, wie die Cowboys im Wild-West-Lers-Lied mit einer Hand in Kik wutzeln tun. Da hat er aufgezeigt zum Antäuschen und da hat er schon hingestellt. Ein Öchslein, ein Esel, grau-grün-schillernd und manchmal, wenn er was Kleines erwischt hat, hat er gleich gesagt, ah, ein Jesu-Kindlein, lassen wir es gleich hineinnehmen. Und rund um drei Könige ist ihm sogar manchmal gelungen, der Stern von Bethlehem mit einem langen Schweif. Das hat man ihm aus den Händen gerissen damals. War ja nichts da. Ich habe ihm so kleine Gerissen bei mir gehabt, als ist das rame Kripperl locker drunter gegangen. Der hat manchmal so viel Auftrag gehabt, dass ihm direkt das Material ausgegangen ist. War aber kein Problem. Wiederaufbauzeit ist er hin zu einer staubigen Baustelle. Ein paar Mal Aufzug und schon wieder ein Möterkopf für die nächsten 15 Figuren. Ja, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist ja alles da. Heute zählt man sie durch mit der Fernbedienung durch 35 Kanäle. Auf 25 von die 35 sieht man die Uschi Glas in verschiedenen Rollen. Ich glaube, eine Stellart hat es nun gespielt oder eine Scheibtruppe. Wird schon an den Büchern heftigst gearbeitet. Weiter geht es in den nächsten Kanal, der Spielkanal, wo einer 17. den Zementsakel durch eine Flammenwand am Berg aufgetrockt für ein kleines Auto, wo er dann eine gewinnt. Und weiter gezählt den nächsten Kanal, in den Wettkanal, wo einer behauptet, er könnte mit verbundenen Augen ein Tergo, also von hinten schnüffelnd, 20 Hunderassen von einander unterscheiden. Wenn schon der erste Hund eine zahlt, ich rieche es schon von Weitem. Der Gerberhund. Jawohl, richtig. Der nächste Hund, Schwafferl auf Zeiten. Scharpai, der chinesische Runzelhund. Falsch, es war Stullo, der koreanische Semmelhund. Sie haben falsch geraten. Wenn Sie nach Haus kommen, nach Atzenbruck, werden Sie monatelang die Hunde anbrunzen. So schau die geschickt aus, weil sie kein Wettkönig geworden sind. Ich muss ja eins auch sagen, auch bei uns im Fernsehen ist ja wahnsinnig viel weitergegangen nach dieser letzten Reform. Es wurde ja alles durch die Bank, wurde ja alles reformiert, auch der Wetterbericht, die haben jetzt andere Hosenträger und andere Brühen auf. Nur ein Wetter ist halt noch. Das ist das größte Handicap für die Wetterberichte. Und ich muss ja eins sagen, ich gutiere das ja, ob das jetzt öffentlich-rechtliche überall gibt es eine Wettershow. Wer braucht bitte eine Wettershow, wo einer oder eine durchstellt und in den Monitor reinschaut und sagt, ja da kommen dann die Frauen, hier wird es ein bisschen, da weiß ich nicht, da wird es ein bisschen ein Klaut nicht. Wer braucht die? Wenn er sagt, morgen wird es Arsch, bleibt es daheim. Zahlt es euch, zahlt es euch die Tücher, die man schädelt und riert es euch nicht. Dann sparen wir uns zehn Frontale und fünf Hubschrauber-Einsätze. Aber auch ansonsten wurde alles reformiert, es sollen ja ganz neue innovative Serien jetzt kommen, die sich völlig unterscheiden von den bisher bestehenden. Es soll ganz neue Sachen kommen, so der Schlosshotel am Attersee, die Weißwaldklinik, der Taldoktor, Revierinspektor Lumpi, habe ich Leuten hören, angeblich gespielt von einem Dreihachstattentakeln, mit einer Glockkantel am Pugel geschnallt, der rennt immer in die Steiermarken und schießt auf vorbeifahrende Autos. Und dann sagt er, ich weiß nicht, der rechse ich vielleicht. Ja, das Tollste, was wir jetzt endlich auch haben bei uns sind diese Talkshows, die über den Tag verteilten Talkshows, die sind halt bei uns eigentlich besser als wie dort, wo sie es abgekupfert haben. Weil bei uns kommt wirklich alles zu Wort, was ein bisschen hieß in der Marien, sehr erstaunlich, was da alles umeinander redet. Und bei uns kommen alle zu Wort, Schänder und Geschändete, die Schänder mit einem verwirfelten Büdel, mit einer bestimmten Stimme. Die Geschehneten stehen, Großaufnahme, Name, Adresse drunter, Telefonnummer, dass die Gesterden ordentlich anrufen können. An Peinlichkeit wurden diese Talkshows eigentlich eine Zeit lang nur übertroffen von dieser Radiomoderatorin. In Öl 3 hat es das, gibt es noch immer, aber die Moderatorin nicht mehr. Freizeichen, wo die Leute anrufen können, war diese Moderatorin, diese Geistesriesin und Sprachgigantin, ein Seelchen auch von einem Menschen. Wie ist es, wenn man weiß, der Papa ist der Opa gleichzeitig. Ja, also, ein Söllerl geradezu. Momentan ist ja, glaube ich, Hockenstatt, als Berufsberater habe ich mir überlegt, würde ich empfehlen, Äbtissin von einem Trappistenkloster mit lebenslangem Schweigegelübde und das leise Kratzen von den Fingernägeln an der Zellenwand. Mir geht es ja oft so, wenn ich so Fernsehen tue oder Radio hören, da denke ich mir, es gibt Menschen, das haben meine medizinischen Forschungen auch ergeben, es gibt Menschen, wo das Hirn von der Pappen betrieben wird. So dynamoartig. Wie die Pappen geht, fließt ein Hirnstrom, man sieht es genau am EEG und wie die Pappen steht, Flatline, absolute Nulllinie. Aber um auf diese Fernsehtagshows zurückzukommen, die finden jetzt alle vor Publikum statt. Ich glaube, in Zukunft findet ja im Fernsehen alles vor Publikum statt. Zeitansage, 17 Uhr, super, Wahnsinn! Ein Professor, er kennt die Uhr. Das ist ja vor Jahren schon eingerissen, dass überall die gedungenen Poscher drinnen sind. Da stehen ja solche Assistenten mit Baseballschlägern, die müssen es blitzweitig anposchen. Und das ist vor Jahren schon eingerissen, das ist mir damals schon mörderisch am Zager gegangen. Da gab es eine Show Knopf-Hoff-Show, die geheißen von Know-How. Der deutsche Redakteur hat gesagt, ich nenne es Knopf-Hoff-Show, ich war der erste Lacher. Da hätten wir es eigentlich Knopf-Hoff-Schoff nennen müssen, wenn wir es konsequent durchziehen. In der Knopf-Hoff-Show, da ist das Publikum gesessen und in der Mitte war ein Tisch, der Moderator, am Tisch, ein 60er-Birnl in einer Fassung mit einem Schalter und er hat gesagt, bleiben Sie jetzt ganz ruhig, meine Damen und Herren. Ich schalte jetzt hier ein, die Lampe tut brennt, wow, super, Wahnsinn! Ein Weltmeister, er kann ein 60er-Birnl auftragen. Bleiben Sie jetzt noch ruhiger, meine Damen und Herren, ich schalte auch wieder aus und jetzt wird es dunkel. Zack, was findest du? Uh, uh, uh! Da haben sie so, mache ich ihm, man sagt, durchgedraut, mache ich ihm geweint, mache ich ihm Lulu gemacht vor lauter Begeisterung und im Hintergrund die Blatte, Dixieland-Pen, Knopf-Hoff-Knopf-Hoff reingekommen. Das ist jetzt überall, das ist jetzt überall praktisch. Nur habe ich mir überlegt, auf die Dauer kann sich das nicht ausgehen. Das geht nicht. Wenn man nur rechnet, 35 Kanäle, stündlich eine Talkshow, 365 Tage im Jahr. Bis zu 366. Nehmen Sie das heurige Jahr, ein Schaltjahr. Wenn man sich das alles zusammenrechnet, das geht sich nicht aus, die können nicht alle in die Talkshows als Publikum sitzen. Ein paar müssen mit der Trambe auffahren und die Schranken auf und zu machen, Radarkasteln auslernen, Sämen pochen und Fernsehen müssen abholen auf der anderen Seite. Die können nicht alle in die Studios drin sitzen. Das geht sich nicht aus. Momentan hilft man sich ja so, also wenn Schulklassen schlimm sind, müssen sie in die Talkshow gehen. Oder aus dem Pensionistenheim, fuhren abknickert, gehen sie auf einen letzten Bosch, auf einen Seichel an. Ich habe mir eine Zeit lang überlegt, vielleicht, dass man Häftlinge namerte. Wir hätten ja genug in Österreich, bin dann wieder abgekommen. Da gehen dann zwei Beile durchs Heißelfenster, oder eine negative Schlagzeilen am nächsten Tag. Und wenn man es vollgeschlossen hinsetzt mit Achter oben und unten, schaut er nichts gleich. Wegen einem Boschen was kriegen. Es wird kein Weg drum herum führen, in Zukunft wird das Saalpublikum zwangsrekrutiert werden müssen. So wie für Geschworenenprozesse. Da wird das blaue Brieferl ins Haus plattern, Sie haben sich einzufinden am 23. Mai um 37 vor Studio 4 und die Anweisungen, das Studiopersonalzug befolgen. Natürlich müssen die Leute ausgewählt werden auf ihre körperliche Eignung als Saalpublikum. Nicht, also, einen Bratzler kannst du nicht nehmen, wo du es wieder hinboschen. Wechseln Sie an den Rechten und an den Linken, dass man zusammenspannt, dass die miteinander... Und die Leute müssen auch nach Intelligenzquotienten ausgewählt werden, der IQ soll sich in der Höhe von Styropor bewegen, weil sonst reißen die auch noch der Begrüßung. Das kommt auf uns zu. Und damit Sie sich dann nicht blamieren, wenn das blaue Brieferl bei Ihnen ins Haus plattert, haben wir eine Schulungstalkshow vorbereitet. Wir sind ja auch ein Lebenshilfeprogramm. Sie wahrraten das Saalpublikum, ich wahrrate der Moderator und das Ganze verwandelt sich jetzt sofort in ein Talkshow-Studio. DZ Top TV Das Zeiler-Zechner Spitzenfernsehen präsentiert Die Rüppel-Show Rottstrech, unerträglich und deshalb stündlich Abgekupfert von RTL, Sat.1 und Brut7 Gesponsert von Ihren Gebühren Und hier ist er, unser Gastgeber Rudi Rüppel Danke, danke, danke für diesen spontanen Applaus, meine Damen und Herren. Sie haben gesehen, ich bin heute nicht über die Treppe gekommen, weil keine da ist. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie vor einer Stunde zugesehen haben, dann wissen Sie, worum es in unserer Show geht, um Menschen wie Sie. Menschen, die Fehler haben, Menschen, die, sagen wir es auf gut österreichisch, Scheiße gebaut haben und es deshalb zu nichts bringen im Leben. Oder vielleicht doch, weil Sie umdenken, weil Sie sich unsere Show ansehen, die Rudi Rüppel-Show. Und hier ist schon unser erster Talkgast, Frau Anna-Maria Havradil-Duvillard, eine promovierte Schauspielerin, die noch keinen Auftritt absolvierte, weil sie unter beständigen Lampenfieber leidet. Heute wird sich Frau Anna-Maria Havradil-Duvillard überwinden und hier vor Ihnen auf offener Bühne die Bürgschaft. Ein Gedicht der heuländischen Poetin Linda de Mol vortragen. Und hier ist sie schon. Applaus für Anna-Maria Havradil-Duvillard. Frau Anna-Maria Havradil-Duvillard. Bleiben Sie dran. Anna-Maria, was ist denn los? Nein, nein, ich krieg mich nicht auf die Bühne, ihr Schergen. Hier, nehmt das. Bist du empatisch? Ja, meine Damen und Herren, Anna-Maria geht wohl heute nicht ihren Weg. Während mein Assistent Primarius Kastler sich um die Verletzten kümmert und Rettung und Polizei verständigt, darf ich Ihnen schon den ersten Stargast des heutigen Tages ankündigen. Meine Damen und Herren, Sie haben sicher schon dem ORF-Teletext, der ORF-Nachlese und anderen unabhängigen Medien entnommen. Heute hier bei uns, erstmalig am Nachmittag, bei nur 3% Seherbeteiligung, Madonna! Ja, meine Damen und Herren, diesen echt affengeilen Gag, wie wir Österreicher so sagen pflegen, hat uns die Firma Demol um lächerliche 95.000 DM zur Verfügung gestellt. Danke, Demol, echt stark. Und hier kommt schon unser nächster Talkcast, der Papst. Grüß Gott. Mein Name ist Papst. Pius Papst, mein Name. Ich komme aus einer sehr guten Familie. Mein Vater war Abt eines großen Stiftes. Meine Mutter war mental stigmatisiert. Also nicht da, sondern hier. Ich selber hatte eine blendende Berufskarriere vor Augen, bis zu jenem schrecklichen Freitagmorgen vor 35 Jahren. Da habe ich dann, da habe ich dann. Los, Pius, raus damit. Sie haben den späteren Kardinal geschändet. Stimmt's? Nein, nein. Ja, ja. Er war damals noch Kaplan in Maria Stripfing an der Öd und wir waren eine Horde aufgeweckter junger Ministranten. Aufgeweckt ist gut, Pius. Schildern Sie doch unserem Saalpublikum, unserem interessierten Publikum, den genauen Schändungsvorgang. Naja, naja, es war, wie gesagt, Freitagmorgen vor 35 Jahren Maria Stripfing an der Öd-Sakristei. Horde aufgeweckter junger Ministranten und wir justierten gerade unsere Klappern. Wissen Sie, diese Klappern, wo man klappert. Am grünen Donnerstag und Karfreitag weil da immer die Glocken fortfliegen nach Rom. Wir justieren. In dem Moment geht die Tür auf, kommt der Kaplan herein, der später Kardinal wurde. Und zwei von uns stürzten sich auf ihn und rissen ihm die Arme nach hinten. Ein Dritter hielt ihm die Nase zu und ich steckte ihm und ich steckte... Nein, es ist zu schrecklich. Los, Pius, raus damit, sonst wird das nie ein Outing. Ja, wie gesagt, die rissen ihm die Arme nach hinten, einer hielt ihm die Nase zu und ich steckte ihm eine heiße Leberkässemmel in den Mund. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört. Eine heiße Leberkässemmel und das am Heiligen Karfreitag. Ich hoffe, nach dieser schrecklichen Untat war ihr Leben wohl weitgehend zerstört. Leider ja. Ich hatte einen frühkindlichen Berufstraum nach dem Motto Nomen ist Omen, wollte ich nicht nur Papst heißen, sondern auch einer sein. Papst, Papst, der Erste hätte ich mir als Name vorgestellt, weil nach dieser Geschichte war natürlich daran, nicht mehr zu denken. Ja, und in welcher Richtung sind Sie jetzt tätig? Naja, wie ist ja jahrelang alles schiefgelaufen. Da muss man jemanden einen Fluch hinaufgeben haben. Die Papierfabrik, das ist alles nichts geworden und letztlich bin ich doch nicht ganz weggekommen von der Kirche. Ich habe jetzt die nervenaufräumende Laufbahn eines Opferstockdiebes eingeschlagen. Also, da sind Sie auf freiem Fuß. Naja, meistens beichte ich die, die liegt jetzt sofort, stand der Bede gleich am Tatort. Wenn ein Beichtstuhl offen hat, bin ich schon dort und beicht mir das hinunter. Gehe ich zwei, drei Vaterunser habe ich in zehn, zwölf Sekunden herunter, die habe ich schon sehr viel geübt auch. So genau wollen wir das kann ich wissen. Meine Damen und Herren, Pius Papst, eine gescheiterte Existenz... Moment, Moment, bitte, ich möchte schon noch was sagen. Weil ich mit den Herren vorhin gesprochen auch habe, wegen einem Grüßen. Ich habe nämlich eine Schwester, die heißt Hildegard und wohnt in Bingen und kann wunderschön singen. Und die hätte ich gerne jetzt noch gegrüßt, kommt überhaupt nicht in Frage. Hauen Sie ab, Mann! Meine Damen und Herren, Pius Papst, eine gescheiterte Existenz. Und wir kommen gleich wieder, in zehn Sekunden, mit dem Rudi-Rüppel-Show-Show-Blog. Bleiben Sie dran! Wer ist der Rüppel-Show-Blog? Wer ist der Rüppel-Show-Blog? Wir sind das Duo R-Gänger und R-Gänger Original, R-Gänger. Also ich bin der R-Gänger, er ist der R-Gänger und beide R-Gänger, wo es wir sind. Wir sind da eingeladen geworden für diesen Auftritt. Ihnen sind wir vielleicht auch schon aufgefallen, dass in den letzten Jahren, bis Monate, dass viele Menschen sagen, das Wienerlid, hör mal auf, mein Wienerlid, in den Sinn, dass wir sagen, das Wienerlid, nicht irgendwie, sagen wir, waaah, also, dass wir sagen, geh auf, mein Wienerlid, in den Sinn, dass sie sprechen. Die Menschen haben mir gesagt, wenn die sagen, das Wienerlid, sagen wir, dass wir sagen, ja, das Wienerlid, sagen wir, mehr in den Positiv, sagen wir, dass wir uns da einhalten. Also, dass wir auch verfassen und dann zum Fleurtrags haben wir auch bringen. Druck ein in die Quetschentiere, red mir auf den Kripp und er schaut in die Luft da. Den Steffel besingen's in Japan schon und das Kaiserschloss drunter in Schönbrunn. Nur von andern Baujuwelen singt keiner ein Ton, darum werden wir das jetzt nun gleich tun. Und die Bedürfnisanstalt am Älterleinplatz, am Luegerin, das Bissau, drüber hat der Schubert kein Liedl geschrien, nicht einmal, der Herr Kohl hat ihn auch. Das alte Bandwärterhäuserl ins Zimmerring war noch nie das Objekt von einem Lied. Und das Bruggenglander, von dem ich immer spring, geht ein richtiger Werner ans Gmiel. Das Flöstersteinloger am Wiener Berg und das Reifen-Depot in Hanois, aber nicht das ich und das Liesinger Wasserberg schlägt mir das Herzl mit Laufbeiß-Tammer-Haus. Und auch das schönste Juwel meiner Heimatstadt ist das Umspannwerk in Jedler-Sein. Das hat mir die heimlichsten Geschichte und erzählt und die Olle gibt's jetzt auf CD. 2.3990 im guten Fachhandel und ORF-Show. Papeteri. Das gibt's ja nicht. Wie da richtig in der Ordination Dr. Havra das Klavier steht. So viel ich mir das Wort jetzt immer noch nicht gesehen. Sind die alle grau, ist der Epidemie ausgebrochen oder was erwartet. Jetzt ist das darf man nicht wahr, das ist ja kein sechs Platz. Kann ich mich da her setzen, geh rum und still pfad das Blatt. Ruck rum. Dürfen wir mein Flascherl da abstellen. Ist es gestattet? Ja bitte nehmen Sie nur Platz. Da können Sie eine Nummer rausnehmen. Erst will Lottospinner oder was? Ich will nur einen Krankenschein angegeben und eine Kleinigkeit für den Herrn Doktor. Weil ich mir einen gefallen gemacht hat. Mh, Marihandel Marillenschaumwein ein edles Tröpfel. Hier, hier, Merkur super Sonnangebot 39,90 ein kleines Präsent für den Doktor weil er mir einen gefallen gemacht hat. Schau die Flasche nicht so kierig auf was ist. Sind wir Alkoholiker oder was? Ich bin schon seit mindestens zehn Jahren trocken. Hexen Sie zum Essen ein halber des Nullkommar Josef. Hier, das ist der Fluch des älter werden Sie. Statt Sex sind Rackenroll Butterkeks und Sanostol. Und so ein Hirn werden einmal die Wümer zusammenfressen. Wahnsinn. Nur mal. Moment, den Spruch kenne ich. Das ist ja der Mick. Der Jäger Mick. Servus. Kennst mich nicht mehr? Wir sind miteinander in die Hauptschule gegangen. B-Zug. Ich bin's. Der Herbert, der Hasenörl. Scheißer Bunsch Graffel, der Schweinde. Schweinde haben wir immer gesagt, weil er so platt war. Schweinde, ich kann sich nur erinnern beim Völkerball, wie die Kanau d'wölen wollen. Ich würde es genau anschießen wie eine Liedfasssäule. Wie ein heißer Block. Nicht zu verfehlen. Was, Schweinde? Ein Bewegungstalent wie ein Hydrant. Aber sag einmal, jetzt hab ich dir mindestens 35 Jahre nicht gesehen. Warst du nie bei einem Beatkonzert von meiner Band seiner Zeit? Na, weißt du, ich hab da gleich das Pech gehabt, gleich nach der Lehr, diese Automatengeschicht, was da war. Was für Automatengeschicht? Ah, ich weiß schon, Automatengeschicht, die Jugend da heute. weiß schon, ich hab damals eine Marie gebraucht, für meine erste Elektrogitarre, mein erstes Höfner Brokatbrille, aber war eh nichts da. Was ich mich erinnern kann, ich hab den von der Blot an die Lange bin ich gesessen in der Jugendstrafanstalt Kaiser Ebersdorf. Da pumstet, haben sie aber ordentlich reingekriffen mit Schmolztigerl, weiß? Na, mildernd hab ich keine gekriegt, weil ich hab keinen verzinden wollte von der Blotten. Hörst, alle Achtung, Kanovenäre, aber Schwamm drüber ist eh nichts passiert damals. Mit das Geld hat uns auch kein Glück nicht gebracht. Ich bin gleich heimzum, nach dem Bruch, weiß de, zieg ich heim durch die Zirkus, gehst nicht her, jetzt stehen die Banner in der Reihe, na, weiß de, hab ich nicht nein sagen können. Ja, dann war es weg, das ganze Kirschler. Ich war immer ein Idealist, für eine Liebesnacht hab ich mein Höfner Brokatbrettl geopfert. Ja, aber du warst doch dann nachher schon Musikant, warst du schon Musikant dann nachher. Musikant, Musikant, das ist verbrochener Ausdruck. Ich war Liedsänger und Rüttel Gitarrist von die Rolling Bones. Ich hab hauptsächlich Stundsachen gespielt, Tell me let's spend a night so geser, Jumping Jack fresh is a case. Das war noch eine Musik mit einer Melodie, nicht so wie heute, wo ein Neger schnell reden tut und ein anderer spielt dazu am Rhythmuswurschtel und die angrengten geschraubten glauben, das ist auch Hit, verstehe? Aber du hast doch keine Gitarre nicht gehabt. Na sicher habe ich eine Gitarre gehabt, ich war zwar ein Rebell, aber kein Trottel nicht. Bin ich hingegangen zum Vater und gesagt, Papa, kaufe mir eine elektrische Gurke und es wird ein Schaden nicht sein. Und was hat er gesagt, der Herr Vater? Ha 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 Kompromiss rausgekommen. Die Federn haben bleiben dürfen bis zum Ohrläppchen, aber um eine bürgerliche Berufskarriere bin ich nicht herumgekommen. Also beschloss ich Briefträger zu werden. War eine wilde Zeit damals. Ich war eine alte Dr. Jekyll und Mr. Heide in einer Person. Und der Tag ist der biedere Zusteller die Brieftaube. Und auf die Nacht habe ich aufgereikt in San Remo, wo es knapp vorher noch ist ein Haus. Aber nun zu dir Schweide. Gefühlt euch aus. Was machst du die ganze Zeit? Na ja, ich lebe von der Sozialhilfe. Was? Du, ein Mann in den besten Jahren und schmarotst um einen Hand, das ist ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Da dürfen sich nicht wundern, dass immer mehr Menschen dem Ratenfänger nachlaufen. Huch einmal zu, Schweinde. Das soziale Netz ist keine Hängematte. Ja, ich schenier mich eh, aber ich hab halt immer so viel Pech. Ich hab immer so viel Pech immer gehabt. Was heißt Pech? Pech? Das will ich überhaupt nicht hören. Pech? Was war denn schon? Gesessen bist ein paar Sozial. Und bitte, Kaiser Ebersdorf ist ja nicht grad San Quentin. Ja, ich bin nachher eh wieder davon. Ich hab sogar einen super Job gehabt als Autogen-Schweißer. Ich hab sogar beim Kernkraftwerk in Zwendendorf die Schweißnöte gemacht beim Kästl. Jetzt sind wir aber froh, dass das Werkel nicht in Betrieb gegangen ist. War's, Schweinde? Jetzt hast du den Tschernobyl abfuscht. Gebitte, das war ja viel später, da war ich ja schon längst arbeitslos. Die Baldi war mein Schicksal. Sie war für mich die große Liebe, ich war für sie nur ein kleines Abenteuer. Und wie es mir dann endgültig den Gstieß gegeben hat, hab ich dann den Blätseln gemacht mit der Rasierklinge. Selbstmordversuch. Wie ist das? Ein bisschen teipert. Wegen einer Alten, die wollen heimtren, das darf ich nicht wahr sein. Ich war dreimal verheiratet, bei mir hat er jede gespürt, die Mietze, die Elfe und die Dini, der Krampen. Hier. Die war sowas von grausam seelisch, die wollten mir das Gitar spielen verbieten. Ja, aber rechts und links auch nicht so. Dann ist halt bald abwascht, bei Nacht und Nebel. Mit einem Regenräger. Eine Niederlage. Aber jetzt. Führen wir alles losen. Die ganze Wohnung. Führen wir die Wohnung, alles losen. Heute bin ich froh, Schweinde. Heute bin ich froh. Allein ist es viel schöner. Wenn ich ein Bedürfnis habe, will ich eine Nummer. Die Dame kommt ins Haus und dann geht's rund am Wasserbettl. Ja, am Wasserbettl hab ich auch damals eine gekauft in die Wohnung von der Boulder in der Marultingergassen. Marultingergassen. Marultingergassen 161 Stiege 5 Nummer 23. Sind wir durchs Quadratmeter Balkon Südlage traumhaft. Aber wieso weißt denn du das? Ja, das darf ich nicht wahr sein. Dei Baldi und mein Dini sind auch dieselbe Alte. Ich wohne praktisch in derer Wohnung, was du eingekriegt hast. Alle Achtung. Also eins muss ich mir da lassen. Geschmack hast du. Danke. Bitte. Jetzt was ich noch fragen wollte. Wieso bist du damals nicht abangelt, wie du umeinander geschnitzt hast mit der Gillette? Wilkinson. Das war Wilkinson. Supersword Römisch 2. Na ja, ich bin Schnittverkehrt angesetzt. Der Querstatterlängs, wie es gehört. Das haben sie mir nachher erklärt im Psychiatrischen Krankenhaus in Guggen. Sechs Monate wurde ich dort. Sechs Monate warst du im Sanatorium. Das darf ich nicht wahr sein. Weißt du, was du heimtragen wollen? Das darf ja nicht wahr sein. Und das alles um die Gelder, was ich jahrzehntelang eingepägt hab wie ein Trottel. Das ist ein Wahnsinn. Ja, bitte. Einen sozialen Trittbrettfahrer wie dir blasen sie mit dem Platinenröll in Vanillezucker in die Urwascheln rein. Und zu mir sagt die Kontrollärztin von der Krankenkasse, der angeschneitste Trämpel, zu mir sagt die, das werden aber zu wenig Punkte sein für die Frühpension, Herr Jäger. Was du willst in die Frühpension? Ausschauen tust du, als ob du strotzendest vor Gesundheit. Jetzt strotzen, strotzen, ich strotze, natürlich strotze ich, weil ich gelernt habe, meine Leiden zu unterdrücken. Blotviers, Fettleber, steht mir raus wie der Feuerwehrhöhe. Alles Berufskrankheiten von einer Brieftammer. Die will sich querlegen, die Schnäpp. Jetzt hat's eh nachgehen müssen nach meinem Unfall. Das ist schon der Grumhändl. Was? Du hast auch einen Unfall gehabt. Was ist denn passiert, bis du in eine Postkastel reingrennt? Hier, willst du mich? Schwein dir! Ein Entertainer, wursch! Na, angeschossen hat mich einer von links, also ein Verbrecher. Glücklicherweise sag ich heute, aber damals hätte ich ja tot auch sein können. Pass auf, wir haben gehabt eine Betriebsfeier im Amtl, die alte Prohasker ist gegangen, in Pension haben wir ein bisschen ein Fessel gemacht. Einzwick, da wirst du ein bisschen zu viel Pippel haben. Null! Null praktisch! Ja, fünf, sechs Bockerl hab ich gehabt. Eine Erfindung von mir, das Bockerl, zwei Drittel weiße Gams, ein Drittel Kirsch rum, der Rest Cola, von dem wird's praktisch überhaupt nicht fett, weil das Cola wahnsinnig neutralisieren tut. Aber wurscht, pass auf, sofort nach dem Unfall spüre ich ein unerträgliches Ziehen in der Halswirbel gegen ihn. Genau wie es in der Autofahrer Zeitung beschrieben wurde. Päitschenschlag-Syndrom, war ich natürlich so gut wie der tut bei der Geschüttelten von der Krankenkasse. Ich versteh, und jetzt hast du die Punkte all benannt gehabt für die Frühpension. Hier, du hast deinen Trick verstehst, dann schau aus, hab ich gehabt. Päitschenschlag hat man nur, wenn einer von hinten reinfährt, hat's gesagt, die Karnalle. Ja, wie ist der Kragen geplatzt, bin ich gleich daher zum Tag, zum Havradill. Das ist ein alter Jugendfreund von mir. Hier, der war Manager bei die Rolling Bones. Weißt du, wie es war damals? Studiert hat er, schief war er, Gitarre spielen oder nicht kennen, ist er Manager geworden. So war das damals. Und der hat den Päitschenschlag aber dann bestätigt. Hier, so wie so ein Ast rein. Brausen hat er sich kennen, die Geschüttelte. Der Havradill ist ein Orthopäde, ein Kapazunder, ein Chirurg, ein Dozent. Wenn der sagt Päitschenschlag, dann ist Päitschenschlag. Und wenn ich mit einer Nacktösen zusammenrenne, das. Ich hab ihm Bescheid gekriegt, ab dem nächsten Ärzten geht's ab in die Pension, dann kommt's weg, das geschissene Kragel. Du hast das gut, ich muss meins nur mindestens sechs Wochen tragen. Hier, du sei froh, das ist ein Wahnsinn, reiß dir noch einen Potzendoggeld aus. Das ist ein Wahnsinn, der hat das Glück gepachtet. Ein Glücksschweinerl, was Schweine? Na, in dem das ein Freizeitunfall war, und ich hab ja praktisch nur Freizeit, durch das kann ich ja gar keinen anderen Unfall nicht haben. Durch das krieg ich überhaupt nichts. Und Schuld war ich auch noch, außerdem leider angeblich. Mit einem Verkehrsraudi hab ich aber kein Mitleid, bei mir schaut das schon anders aus. Ich reiß mir nur eine schöne Stange an Schmerzensgeld aus, ich von dem Rallfahrer. Was, du bist mit einem Rallfahrer zusammengefahren? Jetzt noch, wie ich das sag, ich fahr heim von der Betriebsfeier eine Dienstfahrt. Mit der Dienstmopetten, die buchene, schwarz-gelb, sechzehnartel, war da oben fahr heim. Hau sich der Rallfahrer da oben, da duscht meine, die hat's gar hergestattet. Ich war sofort bewusstlos. Blut überströmt, bei dem gar nicht gehend. Ich war sofort alles da, Rettung, Polizei, alles da. Glücklicherweise war der Wagenkommandant von der Funkstrafe der Krautsfredl, mein alter Bossist von die Rolling Bones. Ich mein, war wurscht die Rechtslage, war zwar eindeutig, aber was weißt, wenn ein anderer ist, das lässt er mich bloßen, dann steht jemand da oben. Jetzt war der Unfall am 23. März, Ecke Wassergasse Heimburger Straße. Hörst du? Ja, wieso weißt denn du das? Du warst der Verbrecher, was mich Halbert heimgetraut hat. Die hat sich gesagt, bist du hergekommen. Monatelang bin ich ins Spital gegangen, aber eines sag ich dir, das Schmerzensgeld kannst du in die Haare schmieren. Bei mir ist nichts zum holen. Ich bin am Existenzminimum. Schleckerpatzl, Schleckerpatzl. Bravo! Gratuliere, Schweinde. Du hast gesiegt. Wieder ein Triumph des Gesindels über den gesunden Mittelstand. Die ehrlichen, anständigen, so wie ich, die können zu nichts bringen in diesem Lande. Wundert sich doch noch irgendwer, dass so ein netter Kerl wie ich brau wollen tut? Na, es geht uns, in Wirklichkeit geht es uns ja gut. Es geht uns ja gut. Sind wir sich doch ehrlich. Es geht uns, wir sind eines der reichsten Länder der Erde, was in der letzten Zeit ein Problem zu sein scheint, weil die alle krochen wie die Kaisersämen. Die USA, Österreich alle krochen und alle sind gestopft. Ich weiß nicht, wie das geht. Alle sind gestopft als wie ein Kanautes Knädel. Wie funktioniert das? Wie wird das von Außerirdischen abgesaugt und auf fremden Galaxien verprasst? Alle sind gestopft und keiner hat die Kohlen. Jedenfalls, wir gehören zu den reichsten Ländern der Erde und damit das so bleiben kann, müssen wir schon ein bisschen sparen, gell? Es gibt ja schon einiges, wo man aussetzen kann. Ich sag nur ein Stichwort, die Pensionen, da wurde ja so viel Schindluder getrieben, also ich mein jetzt nicht die Pensionen von Multifunktionären, wo sie mit einem 250er im Monat heimgehen, das ist normal, das ist die Arschlochprämie, was ausgezahlt wird für jahrzehntelanges Dasein oder solche. Nein, ich mein die anderen. Wie war es denn früher, bitte? Früher, die Leute haben gekraukt, haben geschechert, haben gekakelt, mit 65 in die Pension, zwei Monate später den Hechtler in die Schachtel hinein, dann haben sie als Kostenfaktor eliminiert. Aber heute? Zuerst studieren sie 15 Jahre, dann hakeln sie ein paar Jahre und dann ab in die Frühpension. Das wäre ja noch nicht das Problem, aber dann wollen sie nicht sterben. Die werden ja 95 Jahre alt die Hund gefrastet, das geht sich so nicht aus. Da will man sich was einfallen lassen müssen. Bitte, es muss nicht sofort das Strichnin-Vanillekipferl sein, aber man wird sich da Gedanken machen müssen. Vielleicht, dass man das Pensionseintrittsalter Staffel, je nach Lebenswandel, also der, was raucht und schächert und hakelt, geht weiterhin mit 65. Der, was nur schächert und nicht raucht, muss bis 75 alt sein. Und die Antialkoholiker, Nichtraucher, Müsli-Fresser, müssen halt bis 85 an der Stanzmaschine gehen. Dann steht nicht das nicht aus. Und bitte, der Arbeitsmarkt wäre ja vorhanden. Erst gestern habe ich zwei ganzseitige Annonsen gesehen, wo es 80-jährige Kinettenflüger suchen wie ein bisschen Brot. Man muss nur wollen. Und bitte, auf anderen Sektoren explodieren die Kosten. Im Gesundheitswesen, die Kosten explodieren. Die Krankenkassen sagen richtigerweise, es muss gespart werden. Also nicht bei den Bauten, die werden weiterhin aus Carrara-Marmor mit Platin-Tierschnallen. Bei den Leistungen muss gespart werden. Ich sage nur ein Stichwort. Die Zehnt, die Hauer, die Beißerl. Das ist eine Katastrophe, bitte. Wie war es denn bisher? Da ein Plomberl, dort ein Plomberl. Ganze Brückenkonstruktionen wurden hineingebaut. Das ist nicht mehr finanzierbar. In Zukunft wird nur mehr die notwendigste Leistung bezahlt, die Extraktion, das Reißerl. Außer mit die Hauer. Und wenn die Pappen leer ist. Eine mit dem Krankenkassaklavier. Fahr rein wie ein Lalo. Fahr ihm schön wertbeständig aus Vollplastik. Wenn es runterfällt, springt es dreimal auf, muss man sich stocken, aufwabeln. Und fahrt schon wieder rein, das ist Vollklafferl. Außer mit den Hauer und einem in den Wiblinger-Krokodil. Das kann man multifunktional einsetzen. Wenn es zu Hause fahrt, für die Kinder oder die Enkeln. Außer mit einem ins grüne Kokodett. Da hat man schon ein Krokod. Mit den alten Socken in den Kasperl kann man ja schon was vorspielen. So nennen sie die Fernsehne. Wenn die Zehnt dann ordentlich kosten, eröffnen sich auch neue Geschenksmöglichkeiten. Für die Mama zum Muttertag. Bitte, das war doch schon fahrt. Dauern diese Palmasmünzen, was mich am nächsten Tag wieder gesteßen hat, damit ich mir zwei Nachten wieder was schenken kann. In Zukunft kriegt die Mama was Dauerhaftes. Einen Eckhauer, der halt bis in die Gruft hinein. Und bitte besonders explodieren ja die Kosten am Spitalsektor. Das ist ja eine Katastrophe. Schauen Sie, wie ist denn heute? Die Leute gehen herum, bloß für sich ziehen sie einen Schiefer, wo ein? Sofort Christopherus II, der Rettungshubschrauber. Und ab in die Klinik. Dann operieren fünf Körperzonder drei Stunden lang. Und dann bleiben ja die Leute gern sieben, acht Monate im Spital, wegen dieser herrlichen Fünfhaubenküche, wo sie dort kriegen, wo sie jede Woche eine anders farbige Grüße einschrauben können. Also das geht so nicht mehr. Auch auf diesen Spitalsektor wird in Zukunft die Eigenleistung gefragt sein. Schauen Sie, auf anderen Gebieten erbringt man gerne und freiwillig die Eigenleistung. Beim Häuser bauen, beim Garten errichten, beim Wohnung einrichten, tut jeder umeinander krammenzen und umeinander basteln. Da gibt es ja sogar eigene Fernsehsendungen für die Leute diesen Self-Man, wo der Oggeschläge den Leuten beibringt, wie man einen 60er-Nagel einschlagen tut. Der hat, glaube ich, früher noch nie einen Hammer in der Hand gehabt. Oh ja, das eine Mal, wer sich den Schädeldachbruch geholt hat. Der zeigt über das Fernsehen den Leuten, wie man Fliesen verlegt, wie man die Lamparie befestigt und ganz wichtig in Österreich, wie man den Jägerzaun herstellt. Der kleine Jägerzaun vom Badezimmer zum Fuhrzimmer, das Wasser nicht ausrinden kann. Und der 18 Meter Jägerzaun zum Nachbarn ume, dass er einen Maulwurf nicht umgehauen kann am Rasen. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich da gehe als chirurgischer Self-Man, ich habe da einige Erfahrungen, habe schon assistiert bei mehreren Operationen, dass ich als chirurgischer Self-Man übers Fernsehen den Leuten beibringe, wie man sich selber vor dem Rasierspiegel die Mandeln reißen tut oder Appendix, Blindturm, kein Problem, sieht man schon hin, macht man sich in den Vorraum, außer mit dem Wurmerl und kann man schon wieder zuhafteln. Auch das Raucherbein ist kein Problem. Auf ihn mit dem gefeuerten Huf auf den Stockerl und durch mit dem gestohlenen Flex vom Baumarzt. Kann man schon weggehen, das gründige Piegel. Nein, weggehen dürfen wir es nicht, das ist ein Blödsinn. Das ist eigentlich nichts Falsches dazu. Man darf es auch nicht zur Tierkörperverwertung gehen, weil es ja ein Menschenteil ist. Das ist irgendwie sanitätspolizeilich. Es gibt also irgendeine Verordnung, wenn man sich etwas anschneit, was unter 8 cm ist, kann man es normal weggehauen. Oder einen Hund geben, oder wie es ist. Wie man sich mehr anschneit, muss das extra beerdigt werden. Da kommt der Hinnige Haxen ein in die Schochtel, 6 Punkten für den Ebrä. Und die haben dann in eine fremde Familie einen Gruft dazu, wo sie sich in 3000 Jahren wundern, dass da drei Haxen dabei gibt. Man kann wirklich sehr viel selber machen zu Hause. Natürlich gibt es Operationen, die man alleine zu Hause nicht durchführen kann. Das sind Bandscheiben, Vorfall oder Hämorrhoiden. Da muss man mit dem Rückspiegel operieren. Da muss halt die Familie zusammen helfen. Für was sind sie denn da, wenn der Vater heimkommt mit dem Bandscheibenvorfall, weil der Vogeltanz zu wild betrieben hat am Feuerwerf ist. Auf mit dem Vater am Tapezierertisch. Mama kocht schon aus das Wellenschliffmesser. Opa macht die Narkose mit einem Doppler-Umpleuchten und der Bruder reißt den Vater schon die Flachsen raus. Dann kann er wieder tanzen und springen. Dann kann er wieder einen Vogeltanz machen, bis er komplett anreißt, der Alte. Dann müssen wir ihn weggehalten. Natürlich gibt es auch Operationen, die man weiterhin im Krankenhaus wird durchführen müssen. Also eine Nierensteinzertrümmerung mit dem Vorschlag haben. Da fährt er aus wie ein Fleischlauberl und ein Nierensteinloch da drinnen. Aber das Gros der üblichen Operationen kann man durchaus zu Hause durchführen. Und das hätte den Vorteil, da werden die Chirurgen frei, die Kinder sich um die Gestopften kümmern, dort Schönheitsoperationen durchführen, Kopftransplantationen, Fettabsaugungen, verdienen dann ein Mörderknädel und so ein unheimlich viel Steier. Und das kommt ja uns allen zugute. Da gibt es dann zu Weihnachten wieder einen halben Doppellutscher als Prämie. Was ich nicht erreichen möchte mit dieser Heimoperation, die Schwarzarbeit möchte ich nicht fördern. Das ist eh schon so ein Problem mit der Schwarzarbeit. Ich meine so, Mandeln reißen vor dem Rasierspiegel okay, aber Haarschneiden nur beim Fachbetrieb, nur beim Friseur. Also den Mittelstand wollen wir nicht schädigen. Das reißt dermaßen ein mit der Schwarzarbeit. Ich muss sagen lassen, manche tun schon selber daheim Messlesen, nur damit sie sich die Kirchensteier ersparen. Das gilt nicht, es gilt nicht. Auch wenn der Papa behauptet, er könnte einen Freddy-Cakes in den Leib Christi verwandeln, glauben Sie es ihm nicht. Er kann es nicht. Er hat es nicht gelernt, er hat die ganzen Prüfungen, diese rituellen Waschungen alle nicht gemacht. Er kann es nicht. Wie solche Sachen werden wir weiterhin auf Fachkräfte zurückgreifen müssen. ���得elung man owych Ь Da steh ich nun, ich armer Kurtel, esse ein Huhn, statt dass ich spurtel. Das fünfte Huhn ist's heute schon, denn mich quält die Depression. Gar viele wollen, hör ich mit Schrecken, heut keine Kirchensteuer betten. Und hauen, das bringt mich in Wut auf die Ekklesia den Hut. Das finde ich wahrlich keine Gaudi. Wer zahlt's Palais? Wer zahlt mein Audi? Denn keiner spendet von der Schnorrer. Wie einst in Sodom und Gomorra müsst da der Herr den unteren Schichten die Wadeln wieder Viere richten. Servus, Kurtel, treuer Knecht. Du schaust so blass aus. Geht's dir schlecht? Wer duzt mich da so unverfroren? Hat einer den Verstand verloren? Ist's Franz der Mesner, der verlobt? Nein, Kurtel, ich bin es, dein Gott. O Herr, du Lenker aller Welten, du kommst zu mir her nach St. Belten? Werf mich vor deinem Angesicht jetzt in den Staub. Nein, lieber nicht, da Gicht mich quält und Ischias macht's niederwerfen keinen Spaß. Bleib cool, Kurt. Ich bin gekommen, um nachzuchecken, ob die frommen Hirten hier auf Erden ordentlich führen ihre Herden. Na, einwandfrei, mit starker Hand lenken wir den Laienstand. Gemeinsam mit dem Pontifex haben wir jeden eins am Keks, der gegen die Gebote sündigt. Doch haben nicht viele Schafe gekündigt? Es könnte sein, dass ihr Wengerl zu streng seid, sagen meine Engel. Zu streng, geh bitte, welch ein Hohn. Es fehlt die Inquisition. Kein Laie hat jetzt davon uns laufen, droht der Scheiterhaufen. O Herr, betätig einen Schalter und beam uns zurück ins Mittelalter. Dann würden wieder alle kuschen, am Kreuzzug führen wir gegen die Tschuschen. Und bringend Weiber uns ins Dress gibt's einen Hexenschauprozess. Vorwärts, Herrgott, misch dich ein, lass alles so wie früher sein. Wahrlich, Kurtl, dein Bericht fällt mir offengesprochen nicht. Ich bin als Herrgott doch kein Böser, ich sah mich stets als den Erlöser. Erlösung, ja, doch nur durch Zwänge, die Sünder brauchen etwas Strenge. Ohne Androhung von Strafe lassen sich nicht scherende Schafe. Und Herrgott, was mich besonders beinigt, bei den Moslems wird gesteinigt, stiehlt bei denen wie ein Händel, hauen sie ihn sofort ins Pendel. Tut, wenn ich den Mecker beten, tun sie ihn in die Eier treten. Nascht, wer verboten Marmelade, kriegt er gleich die Bastonade. Ja, die haben eine gesunde Härte. Nur bei uns sind diese Werte längst dem Bach hinuntergangen. Könnt man nicht von vorn anfangen? Naja, darüber lässt sich reden. Ich mach einen neuen Garten Eden, ohne Schlange, ohne Apfel. Stattdessen gibt's ein Brandteig-Krapfel. Das Paradies auf Erden, nein, ein bisschen Strafe muss schon sein. Schick wie in den frühen Tagen wieder deine sieben Plagen. Was heißt sieben? Noch viel mehr. Der schwarze Tod gehört wieder her. Beulenpest und Ziegenpeter. Cholera ein bisschen später. Falstanzreude, Diphterie. Und ein Bänderriss im Knie. Für die Männer Mundgeruch und dazu ein Hodenbruch. Für die Weiber Gürtelrosen und Fütsleis in der Unterhose. Lass vom Himmel Feuer regnen. Na, 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 na. Schweige jetzt, du mir nicht entgegnen. Wenn wir die Laien festkarnifeln, werden sie wieder in die Kirche stiefeln. Geh bitte, Kurtl, werd nicht narisch, das wär ja alttestamentarisch. Die Menschen haben den freien Willen, die werden sich schon selber killen. Ich seh mich mehr als Bussebeer. Der Böse ist der Luzifer. Huch, jetzt hast du mich aber geschreckt. Na, das ist, was in dir steckt. Du als echter Zornesgott, das geht eine. Das ist flott. Gott ist flott. Ganz ohne Witz. Doch fett nicht nett, du Kugelblitz. Außerdem bist du von gestern. Vorsicht, Herrgott, du nicht lästern. Zehnt, Zaunblader. Heute Papen. Du da nicht aufs Herrl schnappen. So. So, jetzt reicht's. Mir platzt der Kragen. Auch als Gott darfst du nicht wagen, einen Bischof von St. Pölten wie an Lausbohm auszuschelten. Ich vermute gar, du bist klamheimlich ein Atheist. Du hältst es mit den Linkskatholen statt mit Wojtylaus-Polen. Und eins ist wirklich ungeheuer. Du zahltest niemals Kirchensteuer. Komm rüber mit dem Euro-Scheck und dann hebe dich hinweg. Ich glaube wohl, mich laust der Affe. Was will denn dieser dicke Pfaffe? Dich ausschließen, du Jesus-Freak. Und noch einmal, ich bin nicht dick. Oh ja. Oh ja. Vom Peppe-Onkel fürcht sich die Mitzetant. Der Peppe-Onkel fürcht sich vorm Sterben. Beide haben vor lauter Angst schon manchmal gewarnt. Nur die Erben, die gfreien sich aufs Erben. Die kennen den Komsgrausen vor einem Regenwurm. An anderen mit Insektenphobie. So mancher kriegt den Horror oben am Donauturm. Und Federn vor Beamte hab ich. Nur kein Angst, der Deffi holt euch unter Garantie. Nur kein Angst, der Deffi holt euch unter Garantie. Die Staubschicht fürchtet den Wedel. Der Wehrmann hat Angst vor dem Spieß. Der Hagelstolz fürchtet das Mädel. Mit einem Wort jedem geht's mies. Der Bauer macht sich Sorgen um die Missernte. Die Mist, die hat Schiss vor der Wahl. Der Kandidat zittert vor der Quizfrage. Die Debutantin vor dem Opernball. Nur kein Angst, der Deffi holt euch unter Garantie. Nur kein Angst, der Deffi holt euch unter Garantie. Raucher fürchten den Herzinfarkt. Der Dunkelmann fürchtet das Licht. Die Hasen haben Angst vor der Hasenjagd. Nur Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Politiker fürchten die Wähler. Der Briefträger fürchtet den Hund. Der Zufolternde fürchtet den Quäler. Manche haben Angst, der Deffi holt euch unter Garantie. Nur kein Angst, der Deffi holt euch unter Garantie. Der Seemann fürchtet den Klabautermann. Vom Krampus schreckt sich jedes Kind. Vor Angst schreit mancher so laut er kann. Der Weinliche fürchtet den Grint. Japaner haben Angst vor einem Beben. Und Wohlversorgte fürchten die Not. Die einen haben Angst vor dem Leben. Die anderen fürchten den Tod. Nur kein Angst, der Deffi holt euch unter Garantie. Nur kein Angst, der Deffi holt euch unter Garantie. Nur kein Angst, der Deffi holt euch unter Garantie. Nur kein Angst, der Deffi holt euch unter Garantie. Die Angst scheint ja ein wesentliches Merkmal des Menschseins zu sein. Weil die Viecher haben ja nicht so Angst. Die haben schon Angst. Die Maus vor der Katz, die Katz vor den Hund, der Hund vor den Herl, weil da ein Spitzkirch. Und auch das oft strapazierte Tombsonger-Zellchen hat auch Angst. Wenn der Gepard im gestreckten Galopp hinten nachzieht. Aber wenn sich die Niederlinge auf die Nacht in Ruhe holt, haben sie keine Angst vor dem Morgen. Oder vor einer Prüfung. Oder vor der Steuer. Oder was weiß ich. Das kennt ja nicht nur die höhere Kreatur. Kennt die Angst. Das haben auch die Saurier seinerzeit keine Angst gehabt. Und sind trotzdem ausgestürmt. Und wie die Eiszeiten dann gekommen sind, haben sie angstfrei eine Bange gerissen. Mein Lieblingskarton vom Gerry Larsen zeigt so ein Herde Saurier. Die hauen sich unheimlich an über so ein kleines rotzenartiges Viecherl, was da dahin huschen tut. Der erste Saurier, unser Vorfahr. Die hauen sich unheimlich an und solche Schneeflucken hat es schon. Ja, 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 ja. Da haben sie dann nicht mehr lange gelacht, die Herren Saurier. Ja, und es ist durch diese oft nicht zugegebene Omnipräsenz der Angst, kann man natürlich ein paar z'n Geschäftlern machen mit der Angst. Angst ums Eigentum. Ich kann mich nur gut erinnern, Ende 1994 war es, wie biedere Familienväter in Waffengeschäfte geeilt sind, um sich noch schnell mit Pampgans einzudecken. Dass man was daheim hat. Wenn da ein Tibler kommt, dass man ihn aufhetzen kann mit dem Pumperer. Meistens haben sie dann die eigene Familie ja angeschädelt. Naja, dann kommt schon Einbrecher. Die Familie ist doch immer bei der Hand. Abgefetzt die Familie und dann das Rell in die Pappen und Tapezieren am Plafond. Die österreichische Form der Familientragödie. Und es wurden auch Goldfischsteiche mit Thelaminen geschützt und es gibt kaum ein winzig kleines Auto ohne Alarmanlage. Oft geht's gar nicht ein, die haben so einen kleinen Hänger dann hinten, aber die Alarmanlage. Auch im geistig-seelischen Bereich ist die Angst enorm. Und manche Leute haben so eine Angst vor dem Sterben, dass sie gar nicht mehr leben wollen. Und da setzt dann die esoterische Industrie ein mit CDs, CD-Romskos, da ist ein Haufen Geld. Da ist dann so eine fade Musik drauf, wo man gleich einbüßelt. Und Gott sei Dank nicht mehr hört, was der Gesellte drauf plaudern tut. Da hat dann so die Kabeln rausgekommen. Und die schlimmste Angst ist natürlich die Angst vor der Zukunft. Und da schaut es auch nicht so gut aus momentan. Wir stehen wieder wenige Jahre vor einer Jahrtausendwende. In Jahrtausendwenden waren immer schon große Angstauslöser. Ich kann mich erinnern, vor der letzten Jahrtausendwende, wie es dazu... Also, habe ich gelesen, vor der letzten Jahrtausendwende waren die Leute ganz nahe schon geglaubt. Apokalypse, Weltuntergang. Da sind ja welche herumgerannt, haben sich vorher schon mit Brädeln am Schädel gekaut. Als Vorbusse sozusagen. Wenn es dann so weit ist, wenn die Gruften aufspringen und die Aussage greifen, dass man sagen kann, schauen Sie, ich habe für Platz gefunden. Ja. Der Nachbar, der hat nichts gemacht. Den reißen Sie die Eier an, Herr Geist. Ja, und es ist natürlich... Eine gewisse Weltuntergangsstimmung ist da. Wenn man sich die Prognosen anschaut, Klimakatastrophe, die Polkappen werden abschmelzen, dadurch wird der Meeresspiegel enorm ansteigen, da wird einiges verschwinden. Also, Malediven dann nur mehr reines Taucherparadies. Also, reines Unterwasserparadies. Holland wird so groß wie Heubert Favoriten, dass sich gerade eine Paradeisfabrik ausgeht in Hochhausform. Die Insel Sylt wird nur mehr als Gedenkbo hier existieren, wo die Nackerten hinschwimmen, ein bisschen weinen und dann wieder zurück an Land. Ja, das Interessante ist, da wird es immer mehr Meer geben, aber immer weniger Fisch. Weil ja früher schon alles leer gefischt wird. Prognosen sagen ja in sieben, acht Jahren, Fischstäbchen nur mehr im Schleich zum Kaviarpreis. Russenmafia wird die Nordseekette übernehmen und dort die Russensemerln verkaufen. Mit dem geföschten Haarring drin, aus heute Tupolefrafen um 400er das Stück. Weihnachtskarpfen wird es natürlich auch keinen mehr geben, weil es wieder die EU-Flotte nach dem Leerfischen der Meere über die kleine Tullen in die Donau einfahren und da auch alles rausgefangen, was irgendwie Schuppen hat. Da müssen wir dann acht geben, Herr Professor, gell? Das ist Gummimützerlaufsetzen beim Schwimmen, dass sie kleinen Schuhsemerl da nicht rauspurzeln können aus der Frisur. Ja, aber da muss man dann vorsorgen. Außer mit den Zierfischen aus dem Aquarium vor Röhn hinein, den Badwandler Karpfenzucht, Badenzurme nicht so viel. Das ist alles schlecht für den Säureschutzmantel der Haut. Wir halten das ja alles nicht mehr aus. Wir sind nicht mehr das, was wir einmal waren. Das ganze Immunsystem ist ja alles schon geschwächt. Durch diese Umweltgifte, die es so sind. Pestizide, Herbizide, Insektizide, Fungizide. Durch diese Umweltgifte ist alles geschwächt. Angeblich, also es heißt ja, diese Umweltgifte sollen auch für diesen schleichenden Libidoverlust bei den Männern verantwortlich sein, den der verstorbene Professor Pornemann immer so heftig beklagt hat. Also es ist ein gewisser Libidoverlust bei den Männern. Also wie soll man sagen, die Libido ist ein Arschesnär, aber es ist natürlich kein Libido. Und durch dieses Nicht-Vorhandensein von Libido wird nicht gebeutzt, es wird nicht gepaart, es wird nicht vermehrt. Was ein Riesenproblem ist für die Pensionen, bitte, wenn die Alterspyramide am Spitz steht, dann ist es gerehrt. Wenn der eine da unten sagt, bitte täpfen Sie über die ganzen Trottel und da anziehen. Geht sich ja hin und fuhr nicht aus. Angeblich sollen diese Umweltgifte auch dafür verantwortlich sein, dass das männliche Geschlechtsorgan langfristig verkümmert. Es gibt da Untersuchungen aus Florida an Krokodilen. Also Toms, männliche Krokodile fünf Meter wascheln und so ein Ding hat wie ein Vanillekipselt. Kann ich schon mal praktisch, was ich habe. Und das greift ja dann auch über. Es gibt eine andere Theorie natürlich, die sagt wiederum, dass die männliche Intelligenz verkehrt proportional zu Penislänge sei. Diese Theorie hat aufgestellt dieser berühmte Journalist und Zumpfologe, dieser Peter Michael Lingens, hat es beschrieben in einer langen Standardartikelserie, die blöden Neger. Und diese Theorie könnte unter Umständen eine Revolution auslösen. Der südafrikanische Chirurg, der im Vorjahr diese Operationstechnik zur Penisverlängerung erfunden hat, der ganze Brausen geht damit. Also Penisverkürzungen sind gefragt. Was macht ihr in der Sauna? So ein Trottl? Also, in Zukunft werden Einstellungsgespräche für höheres Management nur mehr am FKK-Strand stattfinden. Die Wifferen haben sich schon vorher ins Eiswasser hinein und haben schon die Haken. Ja, aber ich denke mir oft, manchmal tue ich vielleicht viel zu schwarz. Vielleicht sollte man positiver, optimistischer in die Zukunft hineinschauen. So wie damals in den 50er, 60er Jahren, wo diese Technikgläubigkeit und Zukunftsgläubigkeit noch da war, wo sich die Leute gefreut haben, ah, was sie nächstes Jahr wieder erfinden werden, da gefreie ich mich schon. Da hat es eigene Hefteln gegeben, wo das beschrieben war, Hobby hat das geheißen, das Hefteln haben es beschrieben, was in Zukunft alles geben wird. Manchmal haben sie ein bisschen daneben gekaut, also das Rakettenmoped gibt es nicht und auch nicht den Atomreaktor in der Kuchel für die Mama zum Semmeln aufbähend. Und auch diese Allwegbahn, diese Einschienenbahn von Hütteldorf-Hacking nach Shanghai, haben sie dann da nicht gebaut. Und auch mit den Eingefrieren haben sie dann eben gehabt. Damals haben sie, das war so im Schwange, Anfang der 60er Jahre, haben sie die gestoppt, wenn sie eine Bahn gerissen haben, haben sie sich eingefrieren lassen, in der Hoffnung, dass nach 30, 40, 50 Jahren wieder aufgetaut werden und wieder auf Hasenjagd gehen können. Na, 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 die sind angerehnt, die müssen wir weggehalten. Aber es wurde auch vieles prophezeit, was heute Realität ist. Bitte, Vollmotorisierung zu 200% übererfüllt und diese Datenvernetzung, die wir heute haben, von der haben sie nicht einmal Traumen können damals. Das ist ja wirklich ein Traum, wenn man heute ein Modem hat, serft man sich ein über das Internet nach L.A. oder nach Mariazell, wie es gerade ist. Man kann alles machen über den Computer und über das Netz, Cybersex kann man haben mit anschließenden Beichten. Es gibt schon ein Beichtprogramm im Internet, Beicht, Beicht, Enter und man kann schon wieder der Mann mal ein Zeigeln schauen. Sollte es ins Arbeitszimmer hineinplatzen. Also, man kann wahnsinnig viel machen über das Modem und über den Computer. Was man nicht kann, ist in die Zukunft schauen. Das hat man schon früher probiert mit unzulänglichen Mitteln. Man hat einen Orakel befragt, man hat Runen geworfen, man hat Knochenorakel, man hat in den Kaffeesud reingeschaut, in die Kristallkugel, hat ja alles nicht funktioniert. Ich versuche jetzt eine neue Methode anzuwenden. Ich gehe in Wien herum und schaue mir die Hundstrimmel an. Und da überkommt mich oft eine Vision, wie jetzt zum Beispiel eine Vision aus dem Jahr 2020 in Wien. Sie sind mir da jetzt alle versammelt. Ich bin Ihr Führer, mit Ihnen herzlichen Freiheil heiße ich Sie willkommen zu einer Führung durch das Blaue Wien. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute nicht nur Einheimische hier begrüßen darf, sondern ein internationales Publikum. Wir haben auch Gäste aus dem fernen Tirol und dem exotischen Vorarlberg hier heute zu Gast. Grüezi oder wie das heißt für Ihnen? Ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, dass das Blaue Wien keineswegs so ausländerfeindlich ist, wie das die Verbrechermedien der grenzdebilen Böhmen, der verjudeten Briten und der ungewaschenen Südländer immer wieder behauptet. Schöne, meine Damen und Herren, jetzt wollen wir aber in Medias Reskin wie die alten Germanen zu sagen pflegen. Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier auf dem wunderschönen ehemaligen Loeger, nunmehr Maischberger Ring, benannt nach dem unvergessenen Leithund des großen Schürers und Nörglers. Meine Damen und Herren, seit die Wiener Fjagerfeld im Zuge der ersten großen Schuhscheinvertreibungsaktion für die berittene Polizei requiriert wurden, befahren diese Prachtstraße nunmehr sogenannte Austro-Rixchers-Form. Schöne, stromlinienförmige, rot-weiß-rote Zweiradler gezogen werden dieselben von ehemaligen Maoisten, die auf diese Art und Weise ihre Sünden an Volk und Vaterland abbüßen dürfen. Schau, da hat Robert gerade einer vorbei, das Zingerl hängt am Wasser, rot wie die Mao-Bibel, ja, 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 ja. Da büßt er sich den Ring entlang. Linke Hand, meine Damen und Herren, erkennen wir die Gedenkhalle der Machtergreifung, das ehemalige sogenannte Parlament, von uns auch genannte Quatschbude. Hier hat in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts der große Schürer und Nörgler gewirkt. Hier ist er mit souveränen Sachargumenten den Altparteien gegenübergetreten, wie zum Beispiel, dem Innenminister gehört links und rechts eine gesunde Watschen-OBG-Haut. Wir gehen ein Stück weiter, wir passieren eine beeindruckende Plakatwand, die das rege Kultur- und Geistesleben des Blauen Wien dokumentiert. Sie sind dort angekündigt, eine Vortragsreihe in der Urania zum Thema Endlich erwiesen. Anarchoterroristen von Übergassing sind auch für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verantwortlich. Da drüben, meine Damen und Herren, erkennen Sie das Wolf-Martin-Bücher-Krematorium, das ehemalige Burgtheater. Hier werden allwöchentlich unter erregter Beteiligung der Bevölkerung Machtwerke von Nestbeschmutzern wie Jelenek, Turini, Teix und Grillpazzer der reinigenden Nacht des Feuers übergeben. Unser Weg führt uns weiter über den Grimhild-Trattnig-Boulevard. Wir passieren das ehemalige Innenministerium nunmehr, GAU-Kommissariat für Inländerschutz und Minderheitenfeindlichkeit. Seit Jahren, seit seiner Haftentlassung unter der besonnenen Leitung von GAU-Obersturmbahn-Kommissar Schimannig-Junior, der auch für die Jugendarbeit unserer Bewegung verantwortlich ist. Meine Damen und Herren, unser Weg führt uns weiter. Wir kommen jetzt über die Patkowitsch-Zeile und den Hoyardschweg zum imposanten Denkmal der nationalen Aussöhnung. Es stellt in naturalistischer Brillanz den großen Schürer und Nörgler dar, wie er während eines Bungee-Jams die heilige Kommunion aus den Händen des stark katholischen Gegenpapstes Krenn empfängt, der allegorisch als strahlend und flortes Gernknödel dargestellt wird. Meine Damen und Herren, es handelt sich hierbei um das einzige bewegliche Denkmal der unzivilisierten Welt. Meine Damen und Herren, betrieben wird dieses Denkmal von einem Elektromotor, der seinen Strom aus einem sogenannten biologischen Humankraftwerk bezieht. Sie wissen, es handelt sich dabei um riesige Hamsterräder, in denen allerdings keine Hamsterränder, sondern ehemalige Grüne und Autonome. Diese dürfen auf diese Art und Weise des Wortes großen Schürers und Nörglers wahr machen, dass da lautete, wenn ich an der Macht bin, wer zählendlich arbeiten müssen, ihr Verbrich hier. Meine Damen und Herren, das wäre es dann auch schon gewesen. Die Gestaltung des Nachmittags steht zu ihrer freien Verfügung, möchte Ihnen aber diesbezüglich noch einige Tipps geben. Die architektonisch Interessierten unter Ihnen sollten das Blaue Wien nicht sofort mit der SS-Bahn, mit der Superschnellbahn verlassen, ohne die Errungenschaften des asozialen Wohnbaus besichtigt zu haben. Möchte in dem Zusammenhang verweisen auf den Partik-Pablethof, der nach dem Motto unserer Bewegung errichtet wurde, Außen hui, Innen pui. Hinter einer prächtigen Fassade verbergen sich nostalgische Barsena-Wohnungen, Ratzenburgen mit Gankheisel, eine zum Preis von zwei. Für Eltern mit Kindern empfehle ich den lehrreichen Besuch im Naturhistorischen Museum, wo sie Restexemplare der in Österreich ansässigen Fremdvölker, Türken, Bosnia, Kroaten und andere Zigeuner, in ausgestopfter Form bewundern können. Sie wissen, meine Damen und Herren, diese Vorgangsweise des Ausstopfens hat bei uns Tradition. Schon Maria Theresia ließ ihren Lieblingsneger präparieren. Meine Damen und Herren, wer ein Faible für abartiges, skurriles, bösartiges und Strohdummes hat, der wird den Schönbrunner Zoo aufsuchen. In den prächtigen Gehegen dieses ehemaligen Tierparks dummeln sich nun linke Kabarettisten, die gerne bereinziehen, gegen ein Stückerl Zucker oder eine Knarquatschen, ihre gestörten Spompanadeln zum Besten zu geben. Meine Damen und Herren, egal welche Nachmittagsgestaltung Sie wählen, wünsche ich einen gemütlichen Aufenthalt in Blauen Wien und verabschiede ich mit meinen herzlichen Freiheil. Bei uns im Land regiert der Stammtisch und es stinkt der Nazitrick gegen so viel Blödheit ist mir hilflos und drum möchte ich mich auch mal weg. Ich ruhe damit am Boot nach Bali vor meinen Schlittenhund am Pol geperpedes durch die Sahara trink in Mecca Alkohol Ich mache in Texas einen Würstelstand auf und einen Heurigen in L.A. Ich jodel mich durch Yokohama und in Taipei führ ich schnell Manche wollen, dass ich mich schleiche Manche sind grob, wo da Ich werde gerade die wollen, dass ich weggehe Ich bleibe da Ich werde leben, wo ich daheim bin Und ich lasse mich nicht vertreiben Wo die Familie und die Freunde sind Dort werde ich bleiben Möchte im Schanigurten sitzen Und keinen braunen Sager hören Und wenn blau nur die Tschecher-Randen waren Töt's mich nicht stehen Und wenn ich ins Ausland auf Urlaub fahre Möchte mich dort nicht schenieren Dass bei uns daheim so viele Trotteln sind Die nix kapieren Manche wollen, dass ich mich schleiche Manche sind grob, wo da Ich werde gerade die wollen, dass ich weggehe Bleibe da Stramme Zucht und rächte Werte Sin für manche widerschick Doch ich brauch' keinen neuen Führer Und kein dritte Republik Manche wollen, dass ich mich schleiche Aber manche sind gerade wo, wo da. Wer gerade die Wunnen, dass ich weggehe, bleibe da. Applaus Es ist bitte Folgendes, das Programm ist jetzt zu Ende, dadurch ist aber auch die Vorstellung aus, weil das in Ahnung ist, diese zwei Sachen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch. Ich bleibe mit den Hämen ein bisschen, wie gesagt, gestern habe ich geschwiszt, heute nicht geschwiszt, ist ein bisschen trocken. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gestört. Ich möchte mich bedanken für die Mitarbeit Leiband Wars mit euch. Danke vielmals. Applaus 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 Applaus